Die Streaming-Welt ist im Wandel und nicht nur bei Amazon, sondern natürlich auch hier bei uns beim Tele-Stammtisch. Und damit recht herzlich willkommen, oder Megowannen, wie die Hochelben sagen, zur ersten Besprechung, zum ersten Serien-Recap zu Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Und das bespreche ich natürlich nicht alleine. Hi, ich bin der Dom, ihr kennt mich aus einigen Recap-Projekten. Und ich habe auch jemand anderem mitgebracht natürlich an meiner Seite, der auch schon einiges in dem Bereich mit mir zusammen gemacht hat. Das ist der Christopher. Wie üblich, Bedeutungsschwanger edits best. Und wir haben auch noch jemand anderen in unserem Team. Ich glaube, er war mal bei irgendwelchen Recaps zu Marvel-Serien dabei, das kann ich nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall ist er sehr hier. Herzlich willkommen, insbesondere als Tolkien- und was-weiß-ich-Fan. Der Lasse, hi. Hallo. Ja, wir hatten ja schon gestern einen Cast gemacht, Christopher, wo wir ja gesagt haben, wie wir zum Der Herr der Ringe Franchise oder generell Mittelerde Franchise stehen. Und was wir uns so von der Serie erwarten. Lasse, wie sieht es denn mit dir da aus? Das ist relativ schnell erklärt. Ich mag die Bücher sehr. Allerdings habe ich nur tatsächlich gelesen, Der Herr der Ringe, Der Hobbit und Die Kinder Hurins. Ich liebe die Filme. Ich mag auch die Hobbit-Filme sehr. Worts and all. Und bin aber nicht halt mega doll. Ich kenne auch die Anhänge, aber bin jetzt nicht unfassbar mega doll mit der mystischen Lore und so weiter vertraut. Und was die Serie anging an sich, halt am Anfang wusste ich ja gar nicht genau, was das wird für ein Projekt. Aber ich dachte schon, das kann nicht einfach die Herr der Ringe Geschichte nochmal sein. Das wird wohl irgendwas Neues. Und so nach und nach dachte ich mir, ach, wahrscheinlich wird das in irgendeiner Form so eine grobe Abhandlung von bestimmten Sachen, die wir so aus den Anhängen kennen, aber nicht wirklich im Detail beschäftigt wurden. Dann ergänzt durch eigenes Material von den Showrunnern etc. Und ich hatte mir einfach erhofft, dass es irgendetwas Schönes, Fantasy-mäßiges wird, was mich so wieder in die Welt von Mittelerde zurückbringt. Halt nicht mehr und nicht weniger. Mhm, okay. Also du warst ja relativ positiv gestimmt bei dem Ganzen. Ich bin da ja eher so ein bisschen im Mittelfeld. Ich glaube, für Christopher kann ich da auch sprechen. Ja. Aber du hast ja zumindest schon, haben wir ja auch schon einiges drüber geschrieben, den Soundtrack von Ben McCreary rauf und runter gehört. Ja. Von dem Beitrag von Howard Shaw hören wir in der ersten Folge ja noch nichts. Aber dann in der zweiten, aber da kommen wir dann ja zu, wenn es soweit ist. Und das würde ich dann sagen, ist dann auch das Stichwort, dass wir direkt in die Folge reinspringen. Die wurde inszeniert von J.A. Bayona. Das ist ja der Regisseur von Filmen wie Das Waisenhaus, Sieben Minuten nach Mitternacht oder aber auch zuletzt, ja, Jurassic World 2. Ne, da sagt man besser nichts zu. Ist allerdings trotzdem talentierter Filmemacher, auch visuell. Und das Drehbuch zum Piloten haben natürlich die beiden Showrunner geschrieben, deren Namen wahrscheinlich eh keine Sau kennen. Wie heißt denn nun mal? Irgendwie Patrick McKay und J.D. Payne, glaube ich, ne? John D. Payne, genau. Ja, beinahe dran. Und was ich schon mal bemerkenswert finde im Hinblick auf J.A. Bayona, der hat tatsächlich seinen Stammkameramann von seinen bisherigen Filmen, also Oscar Fora, oder wie der heißt, ist ja auch ein Spanier, hier mit an Bord. Finde ich schon mal sehr, sehr toll. Also der hat wirklich, wenn man da mal guckt in der IMDb, der hat wirklich alles von A bis Z mit J.A. Bayona zusammengedreht. Und wir fangen an. Und wie fängt man so ein gigantisches Epos an? Ziemlich vertraut, oder? Lasse, womit fangen wir an? Ja, mit schwarzen Bildschirmen und Chören. Und da fühlte ich mich schon so ein bisschen zu Hause. Geht los mit VoiceOver auch, dann mit einer jungen Galadriel in etwas, was sich dann als Valinor herausstellt, was ja die, ich denke mal, die ursprüngliche Welt der Elben ist, wo sie herkommen, Interaktion mit ein paar anderen Elben Kindern. Es wirkt alles sehr, es ist so allgemein unschuldig, ätherisch, aber bei ihr ist es schon so ein bisschen, naja, Wut zu erkennen. Und sie hat einen älteren Bruder, der ihr so ein bisschen Lebensweisheit auf den Weg gibt. Und wir haben eine Metapher mit Schiff und Stein und so weiter. Ja, gut, die Metapher mit Schiff und Stein, also dem voraus geht ja noch eine Szene, die, ich weiß nicht warum, ich musste so ein bisschen direkt am Anfang dran denken, Mittelerde meets Stephen Kings S. So ein klein wenig, weil sie baut ein Papierschiffchen zusammen und lässt das dann segeln. Und ich dachte mir, kommt jetzt klein Georgie und hält dagegen mit seinem Schiff. So was haben wir in letzter Zeit öfter. Es gibt auch etwas Signifikantes mit einem Spielzeugschiff in Arkane. Mhm. Da hätte es aber noch regnen müssen, die Sau. Genau, da hätte es noch regnen müssen. Ja gut, hier regnet es ja eher nicht. Ich meine, das ist ja wirklich das ferne grüne Land unter der rasch aufgehenden Sonne, das Gandalf ja angekündigt hatte in einer Szene von Die Rückkehr des Königs, ne? Ja. Da wir jetzt hier wirklich direkt in Medias Res gehen bei der Folge und ihr natürlich auch sehen könnt, dass das hier ein Recap ist, sage ich es aber gerne nochmal vorweg, eine grundsätzliche Spoiler-Warnung. Wir werden hier mehr oder weniger die ganze Folge durchsprechen und daher eiskalt alles raushauen, was hier an Enthüllungen etc. zu finden ist und natürlich auch an Details. Und daher nicht nur eine Spoiler-Warnung für diese Serie, beziehungsweise die ersten beiden Folgen, sondern ja theoretisch auch für alle drei Peter-Jackson-Filme, also die Hobbit-Trilogie und natürlich die Herr-der-Ringe-Trilogie, wer auch immer dafür eine Spoiler-Warnung braucht, aber ich sage es einfach mal. Ja, also die Szene selber hat mich, es hatte sehr für mich was von S. Galadriel wird ja auch eher als so ein kleiner Querkopf eingeführt, ne? Aber ja, ich musste sagen, also es erinnerte natürlich auch dann direkt sehr an die Jackson-Filme, dass wir mit Schwarzbild anfangen und irgendwie dann auch ätherischen Chören und, und, äh, äh, Voice-Over von Galadriel, also das, äh, da liest Peter Jackson an der Stelle schon ziemlich grüßen. Also ich hab mir auch schon ausgemalt, dass das so anfangen wird. Dass wir direkt in Valinor starten, hatte ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Ich dachte vielleicht, das zeigen sie eher in Rückblenden oder so. Es kursierten ja auch Gerüchte, dass, äh, die ersten beiden Folgen eher so ein einziger großer Flashback sind, der so das erste Zeitalter zusammenfasst, aber naja. Das ist ja nun nicht. Es hat halt wirklich was von so was Garten Eden-mäßiges, was mir sehr gut gefallen hat. Also hier sind halt das, hier sind so diese, diese religiösen, ähm, äh, Parallelen schon sehr offensichtlich, aber nicht in irgendeiner Form, die, die anbiedernd ist, sondern halt einfach so, ja, so, so ist es hier. Und, äh, so, so dieses, dieses ideale Szenario halt einfach. Also die präsentieren diese, diese Landschaft und dann auch die, die Aufnahme mit dieser Stadt und so weiter, präsentieren sie auf eine Art und Weise, die dann halt wirklich so eine, so eine angenehme Sehnsucht erzeugt. Hm. Christopher, wie hat's dir gefallen, der Einstieg? Der Einstieg war fantastisch, denn all meine Beschwerden, die wir beide gestern reichlich ausgetauscht haben, bezüglich des Looks und der, und der, der Künstlichkeit des Looks, waren in dieser Eröffnungsszene für mich wie weggewaschen. Ich fand, das sah authentisch aus, wahrscheinlich war es nicht auf einer echten Wiese, es sah aber fast so aus. Ich fand zuerst, oh ja, das, das, das vermittelt wirklich ein wirkliches Gefühl von draußen sein, von man kann die Natur praktisch schon riechen, es ist wirklich, es ist in keinster Weise das, was die Trailer anließen. Und dann wurde in der darauffolgenden Szene das sofort wieder zunichte gemacht in meinen Augen, aber dazu später mehr. Ich, ich, ich muss, ich, also die kleine Galadriel da gefiel mir ganz gut, die Einführung gefiel mir ganz gut. Ich muss aber irgendwie sagen, ich konnte mit dieser Schiff- und Steinmetapher überhaupt nichts anfangen. Ja, die fand ich leider auch. Ich wollte einfach nur da, ja, das klingt verdammt tiefgründig, aber ich saß da, dude. Und dachte mir so ernsthaft. Das ist ein Stein, okay, er ist nicht pessimistisch. Genauso wenig wie ein Schiff-Optimist nicht optimistisch ist. Das sind beides Gegenstände, aber oh gut. Ja, das, das. Vielleicht ist mir da was entgangen einfach, die Tiefe, die da drin sind. Nee, also ich hab's mir zweimal angesehen tatsächlich, besonders die Stelle, weil ich wirklich jetzt erfassen wollte, worum es da jetzt eigentlich wirklich geht. Also, was man noch sagen kann zu dem Papierschiffchen selber, also sie lässt das dann eben wieder fahren und sie sagt dann, ja, es wird nicht schwimmen, sondern es wird segeln. Und die anderen Elbenkinder machen sich dann Spaß daraus, da mit Steinen drauf zu kloppen, sodass es dann kaputt geht im Bach oder im Fluss. Ich glaub, es war eher ein Bach, ne? Und schönes Detail, das Schiff ist ja nicht wirklich einfach nur so ein Papierschiffchen, wie man's kennt. Also, schöne Grüße an Georgi. Sondern es faltet sich irgendwie auf zu so einem Schwan. Und da fiel mir dann auch ein, äh, äh, in der Extended-Szene, im, ähm, also im Extended-Cut von, äh, Fellowship, wo Galadriel die verabschiedet in Lothlorien, ist sie dann auch in so einem Boot, glaub ich, was geformt ist wie so ein Schwan. Also war durchaus auch eine Referenz, hatte ich den Eindruck. Ja, jedenfalls ist sie wütend, will einen der Jungen verprügeln und dann schreitet aber rechtzeitig ihr Bruder Finrod ein und fischt das Boot raus und dann sitzen sie beide unter einem Baum und, ja, es tut mir leid, dieser Dialog war für mich leider cringe. Also, wie er da erzählt, ja, ein Stein, äh, äh, hat immer nur den Blick nach unten gerichtet und das Boot nach oben. Also, das sollte tiefgründig sein, aber es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also, da dachte ich mir so, nein. Möglicherweise sollte das irgendwie, äh, veranschaulichen, dass ein Stein ist plump und ein Boot ist ja etwas Graziles, das ja auch erbaut werden muss mit Hingabe und, ja, aber trotzdem, die Wortwahl hat für mich keinen Sinn ergeben. Ich hab das eher so interpretiert, dass er sie aufmuttern möchte und sich so ein bisschen was Pseudophilosophisches quasi aus dem Arsch zieht einfach. Ähm, also, so, 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 so hatte ich das, so hatte ich das eher interpretiert und fand das dann irgendwie ganz charmant. So, von wegen halt, so, 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 so sprechen auch, weiß ich nicht, Eltern mit ihren Kindern manchmal oder wie auch immer. Also, so hatte ich, ich hab da jetzt nicht viel irgendwie auf die größere Bedeutung gegeben. So, dachte mir einfach, oh, das ist was ganz Nettes, ähm, was man, was man den Kindern dann entsprechend erzählen kann zur Veranschaulichung und zur Aufmutterung. Ja, ich hab, ich, ja. Ja, da, also, äh, für das ist so, mit, mit so einer gewissen Unbeholfenheit, äh, also, die, die hätte ich mir dann da gewünscht halt. Also, dann hätte es für mich irgendwie authentisch gewirkt. So wirkt es halt einfach nur, ja, die Drehbuchautoren ziehen sich gerade was aus dem Arsch und nicht die Figuren. Ja. Also, nee. Zugegeben, der Dialog mündete dann aber in etwas Vernünftiges. Als er dann sagte, das Licht am Himmel kann dir den Weg weisen und sie sagte, ja, aber das Licht kann sich im Wasser spiegeln. Also, von wegen, man kann auch, äh, man kann auch betrogen werden, man kann auch geblendet werden und dann vom Weg abkommen. Das fand ich okay. Jetzt, das ergibt einigermaßen Sinn. Der Kram mit dem Stein und dem Schiff vorher nicht, aber das halt, das Licht, das dir den Weg weisen kann und das falsche Licht, das dich blenden kann, da wurde dann am Ende noch halbwegs ein Schuh draus. Es wurde noch so ein bisschen abgebogen, ne, also ja, obwohl ich fand das dann auch so ein bisschen, ja gut, ich meine, das, das, äh, ist ja dann natürlich auch so ein bisschen, sie sucht so ein bisschen ihren Platz in der Welt, also diese Frage von wegen, ja, wenn die Lichter sich oben und unten, also wenn, wenn sich das jeweils widerspiegelt, welchen Lichtern soll ich dann folgen? Und dann flüstert er ihr irgendwas ins Ohr, was wir aber nicht hören. Oh, das wird später nochmal wichtig. Er sagte dann auch, ja, ich werde ja nicht immer da sein, um dir den Weg weisen zu können und da wird es dann eben auch schon angedeutet, dass seine Rolle in dieser Serie wahrscheinlich nicht die größte sein wird. Und, äh, die Unsterblichkeit der Elben kommt hier dann insofern auch nochmal rein, dass sie dann aus dem Off nochmal sagt, wir kannten kein Wort für den Tod, ne. Äh, hier war das in Valinor, war das auch soweit ich weiß, okay, also hätte sie das jetzt zum Beispiel in Mittelerde gesagt, wo ja dann zig, äh, Fachelben gestorben sind und wahrscheinlich auch vor ihren Augen hätte ich das ein bisschen albern gefunden, weil, also die sind ja unsterblich, aber die können ja trotzdem getötet werden, ne, deren Seelen wandern dann ja in die unsterblichen Lande und werden dann irgendwann, äh, äh, wiedergeboren, was auch immer, ne. Ja, und Lassa hat das schon angesprochen, das war dann halt so wirklich der erste Money-Shot, ne, wir sehen dann wirklich, also wir sehen eine Totale von Valinor, wir sehen die Stadt Valma, die ja die Vala, die, ähm, Gottesgleichen Wesen in Mittelerde erbaut haben. Ja, ich gebe es zu, das war ja auch, glaube ich, das erste Bild, was veröffentlicht wurde, so vor etwa einem Jahr, glaube ich, ne. Das war schon ein Augenöffner, das muss man ganz klar sagen. Ja, ist sehr hübsch. Ja, also auch ästhetisch toll, äh, und ja, einem, äh, 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 Lore-Kenner wie mir geht dann schon das Herz auf, wenn man dann im Hintergrund auch die beiden Bäume Telperion und Laurelin sieht, also halt der eine, äh, der, äh, für das Nachtlicht zuständig ist und der andere für das Taglicht, ne. Ähm, also das, das muss man ja wissen, dass Mittelerde am Anfang oder, äh, generell Valinor, dass das nur erhält wurde von diesen zwei gigantischen Bäumen, die einer der Vala erschaffen hat. Äh, das Ganze kippt dann aber relativ, denn, äh, ja, es wird angedeutet, dass der Baum oder, ja, doch beide Bäume, glaube ich, zerstört werden oder auf jeden Fall einer von beiden. Und da muss ich dann leider sagen, als jemand, der mit der Lore vertraut ist, hier merkt man doch sehr deutlich, dass sie nicht die Rechte am Silmarillion haben, sondern nur an der Herr der Ringe, beziehungsweise größtenteils dann jetzt hier den Anhängen, ne. Ich hab in erster Linie gemerkt, wie wenig ich mit der Lore vertraut bin, also für mich war das im negativen Sinne ein Augenöffner, diese Schlachtenmontage, denn, äh, ja, ihr werdet mich wahrscheinlich köpfen wollen am Ende dieses Podcasts, aber ich hatte, ich wusste noch nicht mal, dass es einen Big Bad gab, der über Sauron steht. Ich hab immer gedacht, Sauron ist der Größte von allen und dann hieß es ja, oh, er ist eigentlich Darth Vader und nicht der Imperator, ich hatte keine Ahnung, dass es dann noch jemanden gab, der über ihm stand. Ja, den sehen wir aber auch nicht, es wird ja nur so, ich glaub, es wird im Wolkengebilde so ein bisschen angedeutet, ne, was halt dann aus dem Silmarillion gar nicht gezeigt wird. Also Morgoth hat die Bäume zerstört, allerdings mithilfe einer gigantischen Spinne, die, die Ahnen, die Urahnen von Kankra ist, Ungoliant, äh, also Morgoth hat seinen Speer in, in, äh, den Baum gebohrt und Ungoliant hat das Licht praktisch aufgefressen und eingesaugt. Genau, so viel wusste ich auch halbwegs, aber ich wusste auch nicht, bei bestimmten Details weiß ich da auch nicht groß Bescheid. Das ist doch nicht schlimm. Ja, genau, und ich dachte, sie umreißen die, die, die wichtigsten Punkte, aber ich, ich schätze mal Leute, die da überhaupt nicht mit vertraut sind, denen ist das vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, es könnte an der Stelle natürlich zu viel sein, auf der anderen Seite, sie haben es schon sehr vereinfacht, also, vor allem fragt man sich dann schon so ein bisschen, also, es, es wird ja zum Beispiel nicht erwähnt, also Morgoth, der nutzt ja dann diese, diese Gelegenheit, äh, um die Silmaril zu stehlen. Das sind ja die Edelsteine, in die, äh, der Elbenschmied Feanor, äh, das Licht der Bäume eingefasst hat und, äh, die hat er sich unter den Nagel gerissen und ist dann nach Mittelerde geflohen und deshalb ziehen die Elben dann eigentlich in den Krieg, um die Silmaril zurückzuholen. Da ist ja dann, äh, wie gesagt, der Elbenschmied Feanor, der dann eben Rache schwört und die Elben ziehen dann erstmals in den Krieg von Valinor nach Mittelerde. Also, das ist eigentlich der Antrieb, die zurückzuholen und hier wirkt es einfach nur so, ja, wir ziehen jetzt gegen Sauron in den Krieg, in ein völlig fremdes Land, was wir noch nie gesehen haben. Also, da, da fehlt mir so ein bisschen, ehrlich gesagt, die Motivation, wenn ich ehrlich bin. Nö, ich hab einfach so viel, oh ja, der bedroht das Land und so, wir müssen irgendwas tun und drücken aus, halt, das, das war so das, was rüberkam. Ja, wo man sich dann da schon fragen muss, klar, er bedroht das Land, aber das hat er ja nicht erst seit gestern getan und dann fragt man sich schon so ein bisschen, ja, warum interessieren sie sich auf einmal für die Mittelerde, was sie vorher komplett ignoriert haben und was auch total bescheuert ist und was man sich da dann irgendwie auch so rein von der Logik her fragt, wie haben die dann überhaupt noch mal jemals Licht? Das wird ja auch nicht beantwortet. Ja, da wird dann ja aus dem, aus dem, aus der Frucht oder aus dem letzten Samen der Bäume, äh, äh, erschaffen die Vala, da nämlich Sonne und Mond tatsächlich. Ah. Und, äh, und der Götter, Vater Ilúvatar, also Gott wirklich in der Welt, der oberste, der oberste Motherfucker, äh, der macht dann aus der, äh, also der formt Ader, Ader nimmt man ja die Welt, formt der dann von einer Scheibe zu einer Kugel tatsächlich zu dem Zeichen. Aber das hat hier ja keine Bedeutung, das ist ja hier egal, weil es nicht erwähnt wird. Ja, es fehlt aber schon, ach ja, wen kümmert, sagen wir so, ähm, wenn halt gesagt wird, äh, die Bäume erfüllen die Welt mit Licht, dann muss ja das Licht irgendwo herkommen, also, das wirkt da ein bisschen beliebig an der Stelle auf mich. Also klar, man muss jetzt nicht alles mit reinnehmen, aber, also sie haben ja auch nicht die Rechte da dran, das ist halt das Problem und, äh, hier beginnt halt für mich so ein Eiertanz, sie müssen halt gewisse Sachen irgendwie so halbwegs andeuten, aber sie dürfen's halt nicht direkt in den Mund nehmen. So ein bisschen so wie, wie bei den Marvel-Filmen, bei den früheren, wo X-Men auftauchten, wo sie aber noch nicht die Rechte an den X-Men hatten. Nun ja, äh, jedenfalls landen sie dann, äh, in Mittelerde und dort beginnt dann, äh, die, äh, der Krieg des Zorns, wird es ja genannt, äh, Christopher hat's ja gerade schon fallen lassen, eine Schlachtszene im Regen, wo dann auch, äh, Galadius Bruder, ja, ich glaube, da fällt er noch gar nicht, ne? Dann eigentlich erst später. Ja, also, wahrscheinlich, also das, aber man zeigt, man sieht, dass sie in Not sind trotzdem, man sieht, dass es nicht unbedingt eine super siegreiche Schlacht ist. Also am Schluss letztendlich doch, man sieht sie über das Schlachtfeld gehen und so, aber, ähm, äh, es war eine mit hohen Verlusten, wie dann ja visuell auch sehr schön verdeutlicht wird. Also, wovon ich sehr positiv überrascht war in der Schlachtenszene war, dass, äh, doch eine gewisse, äh, Brutalität dort ist, ähm, was auch, was auch später noch der Fall ist. Also, man, man, es spritzt Monsterblut, ähm, es, es geht, es geht da garstig zu in dem Sinne, also es ist halt, weil ich mein, die Peter-Jackson-Filme waren auch grafisch bis zu einem gewissen Punkt. Und da setzen sich hier, glaub ich, noch ein bisschen, noch ein klein bisschen, äh, verhärteter fort, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es ist nicht alles irgendwie, ähm, super geleckt. Also, halt durchaus in den Gewaltszenen geht es entsprechend gritty zu, gerade für eine, äh, Ab-12-Freigabe und das fand ich dann doch ganz schön. Ja, so, ob sie jetzt in Peter Jackson einen draufsetzen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, Peter Jackson hat auch eine sehr eigene Art, Gewalt zu inszenieren, ne, der ist ja irgendwo auch ein kleiner Gorbauer, so ein bisschen im tiefsten Herzen. Was mir auffiel tatsächlich, äh, dass man hier irgendwie geflügelte Untiere zeigt, die gegen Adler kämpfen. Ja, so wirkte das. Und es war, es war, äh, praktisch die genaue Umkehrung dessen, was man am Ende von, äh, die Rückkehr des Königs sieht am Schwarzen Tor, also, da war es ja so, dass die Adler die Untiere angriffen und dann getötet haben und hier ist es genau, äh, ja, mit dem Gegenteil der Fall, ne? Ich hab, ähm, ich hab, äh, so einen, ähm, so einen schönen Tweet gesehen, wo irgendjemand halt, wo irgendjemand so, so, so ein Zitat hat, so, why didn't they just fly with the Eagles to murder? This, this is why. Ja. Hab ich auch gesehen. Das unsinnigste Plothole aller Zeiten. Die einfache Antwort, weil das große Auge sie sehen würde. Warum hat man das doch nie schon vorher so einfach demontiert? Ja, dann guck dir mal den How It Should Have Ended Trail, äh, 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 das ist kein ... Das ist kein ... Hä, that was easy, what's next? Das ist kein Plothole, das ist so einfach zu erklären. Warum bringen Leute das immer wieder rüber, als wäre das so das Plothole schlechthin? Weil Tolkien es selber nicht weg erklären konnte. Im Hintergrund sieht man ja auch einen, äh, irgendeine Art von feurigen Berg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es wird nicht ganz rauskristallisiert, wo das nun stattfindet, ähm, das ist nicht Mordor auf jeden Fall. Mordor ist ja noch völlig verwüstet, ja. Aber es ist trotzdem halt ein, ähm ... Es ist wahrscheinlich Angband, ja, ja. Es sieht auf jeden Fall halt, ähm, düster aus dort und, äh, ja, auf jeden Fall wird rauskristallisiert, äh, der Bruder fällt gemeinsam mit vielen, vielen anderen Elben und, ähm, dann sind Galadriel auf, äh, Rache und dann wird sehr, sehr schnell Sauron, äh, etabliert. Was glaube ich auch, so viel ich weiß, ist das auch eher nicht der Lore entsprechend, weil ja Sauron ursprünglich, äh, jemand anderes war, der dann erst sich später Sauron genannt hat. Also ich glaube, hier weichen sie ab. Ja, die wussten den Namen noch nicht. Sauron ist ja ein Gestaltwandler und, äh, war zu dem Zeitpunkt oder dann später der Herr der Wehrwölfe tatsächlich oder hat dann auch eine Wehrwolfsgestalt angenommen. Er ist, er ist ein Shapeshifter, Sauron, ne? Ah, okay. Aber auf jeden Fall ... Ein ehemaliger Maiar, mhm. Genau, man, man sieht, man sieht Orks noch nicht richtig, äh, im Detail, äh, auf jeden Fall sind er so, äh, Teil der Masse, aber man sieht auf jeden Fall, ähm, sehr beeindruckenden, äh, ähm, ähm, von, von Sauron und sie etablieren irgendwie, äh, er flieht und Galadriel ist auf seiner Spur von, äh, Rache getrieben, das ist so ihre, äh, das ist so die, die treibende Kraft bei ihr. Ja, und wo wir dann halt letztendlich wirklich mit ihrem erwachsenen Charakter so richtig ansetzen, wo sie irgendwo hoch im Norden sind mit einer kleinen Gruppe, wo sie sagt, da ist er irgendwo versteckt. Sie klettert an der Eiswand hoch und, äh, sie ist halt, ja, super, super getrieben und, und die anderen sagen, komm, es ist doch, kann doch, äh, er hat, er muss irgendwie fort sein oder wie auch immer und sie sagt, nein, er muss hier irgendwo sein. Und, äh, treibt die bis ans Äußerste, wo die anderen auch, auch sagen, so langsam, so langsam reicht's. Ähm, ich mochte da ihre, ähm, ihre Kleine, man sieht nicht viel von ihrer kleinen Gruppe, aber ich mochte den, äh, den Typ, mit dem sie, äh, ein Gespräch führt. Äh, ich mochte da, ich mochte da seine Ausstellungen sehr gern, die sehen alle sehr, äh, elbisch aus. Ich mochte die, die Gear und so weiter, äh, die sie tragen. Ähm, es wirkt, ja, es wirkt, ja, es wirkt alles sehr, sehr oldschool abenteuerlich, äh, so auf diese Art. Ja, ich mochte vor allen Dingen, wie dieser Charakter generell mit ihr interagiert hat, so, er versucht, das die ganze Zeit so hinzustellen, du jagst einem Geist hinterher, es hat keinen Zweck, bäh, und eigentlich geht's die ganze Zeit nur darum, es ist kalt, wir sind müde, ich will nach Hause, wir haben keinen Bock mehr. Ja, es sind ja wahrscheinlich auch schon einige unter ihrer Führung da möglicherweise gefallen, also die sind ja hier wirklich am äußersten Rand, äh, von Mittelerde, das wird ja dann auch eingeblendet, ne, Norod, äh, Wave. Äh, äh, ne, ne, Forward Wave. Forward Wave, genau, das ist wirklich am Rand und es sind noch so die Überreste von Morgoths Königreich und dementsprechend dann seine Festung Abendband und ja, man merkt, sie ist wirklich schon ein bisschen rücksichtslos auch, ne? Da gibt's dann, da gibt's eine Stelle, wo sie dann, äh, wo einer ihrer Männer, äh, äh, im, im Schneesturm dann fast zurückbleibt oder stecken bleibt und der Typ hilft dem dann auf und sie will dann erst weiter, also sie hat dann zwar schon ein Sehen, aber man merkt, sie ist schon sehr, sehr starkköpfig und sehr zielstrebig, ne? Genau, genau. Und dann halt sind sie letztendlich, äh, finden sie die Festung, ähm, es hatte so ein bisschen was von, ähm, von World of Warcraft, so von Feeling und Look her. Also es war so ein bisschen, das ist so das, äh, was mir allgemein aufgefallen ist, was ich irgendwie schön fand, das hat so etwas so mehr, äh, High-Fantasy-artiges oft, äh, von, von, von bestimmten Designs, äh, und allem. Und dann halt kriegen wir kein Intro, sondern einfach nur eine Titeleinblendung, wo man die schon irgendwie gerechnet hatte, wo ich mir dachte, das ist ja oft so bei Serien in der ersten Folge, da packen sie so viel rein, dass da kein richtiges Intro ist. Ja, das ist typisch für einen Piloten. Ja, und sind dann in diesen, in diesen, äh, Kavernen dort, in dieser, in dieser vereisten Festung, finden eine Schmiede, ne, mit so einem Zeichen, was, was ich glaube, so eine Art, ähm, Vorform des Auges darstellen soll, äh, könnte ich mir gut vorstellen, es hat so eine grobe Form und sie sehen so einen, so einen Ork verschmolzen mit einer Wand, äh, was, was, was ziemlich cool war, so, oh, hier ist dunkle Magie, dunkle Magie und sie sagt, ähm, dieses Zeichen wird hinterlassen von, für seine Gefolgsleute, obwohl halt Orks schon länger nicht, nicht mehr gesehen wurden, was ich auch interessant finde, dass, oh, so eine, so eine Art von Welt ist das jetzt, wo halt dieser Feind irgendwie so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, nicht mehr so ganz, äh, zu existieren scheint. Und, ähm, äh, äh, das wird ja, äh, Entschuldigung, das wurde ja auch, äh, 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 im Off schon vorher von ihr gesagt, weil dieser ganze Krieg und diese Suche nach Sauron, die dauerten nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und dadurch haben dann auch Elben das, das irgendwann einfach vergessen, dass Sauron eventuell noch da sein könnte, so als letztes Überbleibste von Morgoth. Da ist ja, also, da ist ja dann auch diese Szene, die man schon ganz oft im Trailer gesehen hat, wo sie an dem Berghang hängt und, äh, da muss ich leider sagen, ich weiß nicht, Lasse, du hast ja nicht so viel von den Trailern gesehen meintest, du hast so den ersten Teaser gesehen im Februar? Ja, den ersten Teaser und dann so, äh, ich glaube, den Trailer, der danach kam noch. Ähm, aber danach dann halt, äh, nichts mehr. Ja, ist vielleicht auch besser. Also, der letzte Trailer vor allem war nicht der Bringer. Aber, äh, ich muss leider sagen, also, da war ich schon ein bisschen ernüchtert. Also, es ist nicht so, dass es schlecht aussieht, aber ich dachte mir so, also, im Februar konnte man ja noch sagen, oh ja, sie haben ja noch ein halbes Jahr, um da irgendwie dran zu schrauben. Aber es sieht hier, das muss man so sagen, wirklich exakt so aus wie in diesem Teaser. Also, da ist nichts irgendwie nochmal verbessert worden vom CGI. Und man sieht schon sehr deutlich, dass sie da nicht unbedingt an einem Berghang hängt. Ich hatte keine Probleme damit. Ich fand alles da sehr polished und, äh, gut aus. Ich mochte den einen Shot. Ja, polished ist das Problem. In dem Voice-Over-Ding mochte ich, es gibt da eine kurze Einstellung, wo dann halt auch von Orks die Rede ist. Und da sieht man diese irgendwie in der Ferne. Und dann schauen sie kurz auf. Mit glühenden Augen. Dachte ich, das war so angenehm creepy. So ein bisschen so die Orks sind hier so ein bisschen als so in, 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 in Mystery gehüllt. Und, äh, das, das, das mochte ich daran. Genau. Ähm, ja, aber dann letztendlich dort in den, äh, Kavernen gibt's einen längeren Dialog darüber, wie sie halt, lassen sie nach Hause gehen und sie hinein. Und dann werden sie von einem Eistroll angegriffen. Wir hatten ja schon spekuliert, äh, 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 Dom, du und ich, äh, vom, vom Trailer aus halt, wo du gesagt hast, was meinst du, was ist das für ein Wesen? Und ich hab gesagt, es ist wahrscheinlich irgendeine Trollart. Schneetroll. Genau. Genau. Und genau, und genau, das ist es. Äh, da kann ich auch mal ganz kurz so anmerken, das ist der Vorteil, äh, bei Amazon, äh, gegenüber Netflix und Co. Äh, man hat ja bekanntlich dieses X-Ray von, von Amazon. Also, dass man immer genau sehen kann, welche Schauspieler gerade im Bild sind. Und nicht nur das, man hat hier bei Herr der Ringe jetzt tatsächlich auch die ganze Zeit, äh, so Trivia-Informationen in der Texttafel. Finde ich, finde ich ganz cool. Da stehen manchmal ganz nette Sachen und gewisse Sachen ergeben dann vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn im Nachhinein nach hinten raus. Aber ja, ich hatte dich unterbrochen, sorry. Genau. Also, auf jeden Fall, ähm, äh, Troll, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er welche killt, es könnte sein, dass welche draufgehen dort. Ja, ja, ja. Aber auf jeden Fall, äh, ruft er sie ordentlich ab. Ähm, aber Galatical schafft es, ihn zu töten. Und dann endet die Szene auf eine komische Art und Weise, wo sie dann alle die, die Waffen niederlegen und so, äh, wenn du weitergehen. Keinen Bock mehr auf sie haben. Genau, wenn du dann weitergehen willst, dann ohne uns. Und das endet auf eine Weise, wo ich dachte, bringt sie jetzt die alle um? Ja, äh, nein. Ich dachte halt, oh Gott, ich hoffe nicht. Aber das, das war jetzt so ein bisschen so dieses, äh, oh Gott, bitte, äh, bitte nicht. Aber dann letztendlich nein. Aber sie ist halt natürlich, ähm, äh, also letztendlich hat sie ein Einsehen, was ja schön ist. Aber halt natürlich, wie wissen die alle, sie, sie hat recht. Ähm, aber, ähm, fürs Erste ist das dann das Letzte, was wir von diesem Ort sehen. Ja, hier haben wir dann auch die, hier haben wir dann tatsächlich, glaub ich, ist die Title Card, ne? Oh, ich, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ja, ja, wir haben hier die Teilen. Ja, doch, du hast recht, ja, ich hab's ein bisschen. Was ich, was ich noch zu dem Kampf mit dem, mit dem Treu sagen kann, also den, ja, fand ich ganz okay, das war halt relativ im Dunkeln, ne? Was ich tatsächlich immer ein bisschen albern fand, also klar, Galadriel wird natürlich als die Mächtigste dieser Gruppe gezeigt, wobei ich mich dann auch so gefragt habe, ja, wenn jetzt auch andere Elben kämpfen, dann hätte man hier vielleicht auch noch andere Frauen zeigen können bei den Elben? Ich glaube, da sind, ich glaube, da ist mindestens eine Frau dabei, weil ich, ich, da schreien oder keuchen, da klang irgendwie weiblich bei einer Figur. Okay. Also ich glaube, da ist ein Mitglied noch weiblich, mindestens eins, aber ich weiß, aber ich würde nie direkt, ich glaube, es ist sogar die Figur, die da stolpert im Schnee. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es klang für mich weiblich, aber ich könnte mich auch irren. Okay. Und dann, was ich dann, also der Kampf selber war in Ordnung, was ich da halt ein bisschen albern fand, dass Galadriel den irgendwie weghaut mit ihrem Schwert und dann nochmal, also, dass sie nicht einfach ihre Klinge wegsteckt, sondern so eine total übertriebene Wirbelbewegung macht, das wirkte sehr posenhaft auf mich. Das mochte ich nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber das ist etwas, was filmisch ist, das ist etwas, was du oft siehst allgemein. Ja, es ist irgendwie übertrieben, aber es sieht nett aus und ich, ich bei, 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 beim Live-Rollenspiel, ich habe mich auch dabei ertappt, wie ich sowas manchmal mache. Man will halt visuell etablieren, dass sie ein Total Badass ist, ohne dass sie das großartig erklären muss. Okay, da macht man halt sowas, ja, kann ich auch mit leben. Ja, es ist halt, also, ich meine, das hat ja schon die ganze Szene zum Auswahl gebracht, weil sie hat den ja mehr oder weniger im Alleingang gekillt, also die anderen haben ja irgendwie gar nichts gekonnt, hatte man den Eindruck, also, ja, weiß ich, vielleicht wird es auch ein bisschen übertrieben, sie hier als starke Frau zu inszenieren, aber okay. Okay, ja, dann haben wir eine Überleitung, also erstmal haben wir den, den Schriftzug, der ist relativ unspektakulär, ähnlich wie bei House of the Dragon zuletzt, aber da kommt ja dann in der zweiten Folge eigentlich dann das eigentliche Intro, aber dann haben wir jetzt hier erstmal einen völligen Ortswechsel zu einem, ja, Ort, den man jetzt auch nicht so kennt aus den alten Filmen, muss man sagen, so aus der Lore kennt man ihn, Rovanion, äh, sieht man dann ja, also wir werden ja immer mit der, mit der Karte tatsächlich rumgegangen, geführt, ne, erinnert tatsächlich auch sehr an die Jackson-Filme und ja, äh, Lasse, wo landen wir? Oh, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist irgendwo in der Mitte, ich glaube irgendwie nördlich von Mordor oder so? Ja, es sind die Wilderlande auf jeden Fall. Ja, es ist irgendwie nördlich von Mordor, östlich von den Nebelbergen, nicht hundertprozentig sicher. Östlich des Anduin wird gesagt, also Anduin, äh, für alle Nicht-Elben ist, äh, der große Strom, also der geht ja komplett durch, äh, durch Mittelerde durch und bündet dann am Ende in die Bucht von Belfalas. Das ist der, das ist der große Fluss, auf dem die Gefährten reisen, äh, gegen Ende von, äh, die Gefährten, ne? Ja, genau. Aber auf jeden Fall, äh, da sieht man ja zwei, ähm, zwei, zwei Wanderer, ich glaube, das sind Charaktere, die wahrscheinlich nicht mehr auftauchen, die sind einfach nur da, um den, den Ort so ein bisschen zu etablieren. Ich mochte da sehr die, die Aufmachung, das hat auch so, das, das, das fügt auch so ein bisschen Worldbuilding hinzu, irgendwie mit diesen großen Geweihen, die sie tragen und der andere Weise ... Ja, ich, ich, ich bin, ich weiß nicht genau, was es ist, aber das ist eben das, das Schöne daran, man muss ja da eben nicht alles erklären. Auf jeden Fall ist die Aufmachung cool, ähm, und, äh, irgendetwas huscht an denen vorbei und, und einer sagt, oh, äh, äh, Haarfüße müssen das sein und so, und die etablieren dir irgendwas etwas um, denen willst du nicht begegnen. Äh, wo ich, wo ich halt irgendwie auch dachte, das ist sowas, äh, schönes, okay, dieses, dieses Volk ist dann halt so in Mysterium getaucht und höchstwahrscheinlich auch etwas, was die begrüßen, weil die ja eher für sich bleiben und in Ruhe gelassen werden wollen. Da kriegen wir direkt, ähm, werden die direkt etabliert als diese, als, als dieses Naturvolk, die, die können sich gut verstecken und, äh, sind so, im Prinzip sind die ja so ein Nomadenvolk dann eher, also das sind so welche, die ziehen von Ort zu Ort und die haben ihre eigene Art, sich zu verstecken. Man sieht das so schön, wie sie ihr Lager etablieren, halt alles versteckt in der Natur, alles sehr clever und alle kommen heraus und man hat sofort diese, ähm, verspielte Atmosphäre, so leicht erinnernd an die, äh, Potlinks aus Dark Crystal, aber allerdings nicht ganz so goofy. Und also so ein bisschen, so ein bisschen erinnert es daran, auch die, auch die Musik hat durchaus Ähnlichkeit damit. Und, ähm, die, genau, werden, werden da diese, diese Figuren halt, ähm, eingeführt, ähm, sehr, sehr, genau, man hat natürlich auch dann einer der Füße in Großaufnahmen, wo wir dann auch etablieren, das sind so die, die Vorfahren von dem, was dann später die, äh, Hobbits werden, die wir kennen und hier ist es eben ja wirklich da das Gegenteil, wo die, ich mein, diese hier, die stehen auch nicht wirklich auf Abenteuer, die sind ja so dieses friedliche Volk, von wegen wir ziehen umher, wir machen unser Ding, ähm, aber die sind halt doch nicht diese, diese, ähm, diese sesshaften, ähm, Hobbits. Ja, die sind noch nicht ganz solche Stubenhocker, ja, ja. Genau. Und was, was ich auch schön fand, ist, obwohl die halt hier dann auch unter sich sind, äh, wird trotzdem so halbwegs klar, die sind, die sind, die sind, die sind, die sind ein bisschen kleiner halt, in irgendeiner Form, da gab's so ein paar Shots, wo ich dachte, ja, die, von den Proportionen her, die zeigen, dass die so ein bisschen, dass die ein bisschen kleiner sind, aber wie klein die sind, wird erst ein bisschen später natürlich klar. Ja, genau, und man lernt hier ein paar Leute kennen, die wirken auf, auf ihre Art halt, ich fand das schön, die wirken so verschroben, die wirken, ähm, die wirken, äh, sehr lebenswert auf ihre Art halt, so ein bisschen wild und, ähm, und, und, und so leicht skurril und so und, ähm. Wir haben dann ja auch einen durchaus bekannten Namen hier im Cast, glaube ich, ne, Lenny Henry, der ja wahrscheinlich irgendwie so das Oberhaupt oder der Ältesten spielt, äh, Namen Sardok, glaube ich, ne, der ist ja, glaube ich, ein bekannter Comedian, soweit ich weiß. Ach, Comedian, okay. Ja, das, aber man, man hat hier schon, schon so lustig, auch mit diesen, mit diesen drei älteren Frauen, die ihn da die ganze Zeit begleiten und so, also man, man stellt hier eine Dynamik her, äh, wo dann halt eben auch, wo ist, äh, wo ist, wo ist, wo ist Nori, wo ich mir dachte, garantiert fügt man sie in irgendeiner Form ein, wie sie die Regeln bricht, ich hatte mir schon vom Trailer her ungefähr gedacht, okay, was für eine Art von Figur ist das? Und da hatte ich auch, äh, ganz recht, denn, äh, Nori Brandyfoot, äh, wie sie, wie sie heißt, ähm, ist dieses, äh, ist, ist, ist diese junge Frau, die, äh, äh, ein paar Kinder und ihre, und ihre Freundin führt sie zu einer, zu einer Stelle, die sie gefunden hat, wo ganz große Brombeeren wachsen und das fand ich, war, war die, war die erste Szene, wo so, wo ich so sehr, ähm, gerührt war im größten Sinne, weil die, die etablieren hier perfekt, so diesen, äh, verspielten, unschuldigen Ton, den, den, den so etwas, und gerade dieses Volk haben sollte. Sagen wir so, also, was jetzt Nori, äh, Brandyfoot für ein Charakter wird, das, äh, ist natürlich kein bisschen überraschend, ja, ich mein, gut, ich, ich war ja, hab ich ja im anderen Podcast gesagt, ich bin ja tatsächlich jemand, der eher sehr damit hadert, dass sie überhaupt Hobbits auftauchen müssen, also, äh, man hat ja auch von den Machern gehört, die haben eigentlich nur Hobbits drin, weil sie sie irgendwie drin haben müssen, ja, wie es eingeführt wird, ist ganz nett, klar, also, wie die dann, irgendwie, äh, da sich in den Bäumen versteckt haben und so weiter, ist natürlich sehr, sehr viel Vertrautes, fühlt sich jetzt nicht total an wie Fanservice, das ist schon irgendwie okay, ja, ich weiß nicht, Christopher, wie hat's auf dich gewirkt? Also, es ist schon sehr auffällig, wie sehr man hier die Gefährtenstruktur nachahmt. Du hattest das Voice-Over, du hattest den epischen Einstieg mit der großen Gefahr. Und dann auf einmal wieder traute Idylle, Hobbits beim Tagwerk, Hobbits, die rumalbern, Hobbits, die sich eben über Essen und die Familie und das Übliche unterhalten. Ich fand schon sehr auffällig, dass man hier, obwohl man nicht einfach Dinge nachgeahmt hat, man trotzdem den Zuschauer abholen wollte, indem man praktisch strukturell eins zu eins passt dasselbe gemacht hat. Ja, das fällt schon auf, ne? Das ist ein ähnliches, äh, Strickmuster. Also, es ist ja jetzt nicht unbedingt verkehrt, aber das, das starrt für mich auch schon raus. Äh, generell, also wir sehen ja wirklich viele, viele Schauspieler hier, also abgesehen von Lenny Hendry und eben dieser, äh, ich glaube, Makala Kavanaugh heißt die, das ist ja die allererste, die gecastet wurde tatsächlich für die Serie. Die heißt ja eigentlich, also Eleanor, äh, Brandyfoot heißt sie, aber alle nennen sie irgendwie nur Nori. Und sie hat auch, glaube ich, noch irgendwie eine, eine Gefährtin, die irgendwie Proudfellow, Pop, genau, Poppy Proudfellow. Boah, der Name, ey, den haben sie wahrscheinlich ausgewürfelt, dachte ich mir auch so. Dieser Name, der wird in Zukunft der Avatar von so vielen Mädels online. Ja, das, das, das habe ich das Gefühl, das wird so die neue, äh, wie heißt noch mal hier, die, die in Stranger Things da relativ früh ins Gras gebissen hat. Barb? Oh, Barb. Barb, genau, das wird so die neue Barb, glaube ich. Mich hat sie, mich, mich erinnert sie halt sehr an, ähm, äh, meine Lieblingsfigur aus der, äh, Dark Crystal Age of Resistance, äh, Serie, wo sie halt, es gibt ja durchaus Parallelen, sogar vom Look her so ein bisschen. Und, ähm, halt, da gibt's ja dieses unterirdische Gelfling-Volk und all das. Ja, also das fand ich halt, ich fand, ich fand diese Einführung, äh, äh, super süß, super schön und nicht irgendwie halt so, so mit der, mit der Keule irgendwie, sondern es wirkte für mich alles von der Etablierung her sehr. Äh, natürlich, ich mochte alles mit den Brombeeren, finden eine, eine Wolfsspur, höchstwahrscheinlich ja eher, ähm, ein Wargbär. Das ist nur ein Hund, genau, ja. Genau, also sie will denen halt keine Angst machen, wo man dann auch sieht, okay, jetzt, jetzt schnell, jetzt schnell hauen wir ab und man sieht da den, man sieht da, äh, den, den, ähm, den, ähm, den, ähm, den, den, ähm, den, den Wark so anschnittsweise. Ich fand das cool, wie, wie er da kurz im Hintergrund ist, da oben und dann, und dann, und dann verschwindet, das war alles sehr schön. Genau, man sieht nicht viel von ihm, aber es ist auf jeden Fall eine, 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 äh, finstere, äh, Kreatur. Ich fand's nur seltsam, dass du nur einen einzelnen Fußabdruck gesehen hast und keine anderen drumherum. Das ist ja, das ist oft so in Filmen. Ich schätze mal einfach nur, da war jetzt gerade Schlamm und da war das eher zu sehen. Ich hab keine Ahnung, sowas kann man da nicht. Wie auch immer. Auf jeden Fall scheint das nicht super doll für sich zu interessieren. Erfolgt ihn jedenfalls nicht. Und dann sind wir ja direkt, dann sind wir schon woanders wieder. Ja, das springt ganz schön. Das springt ganz schön. Was auch nicht, was auch an sich gar kein Problem ist, weil halt wir in der ersten Folge halt, wir führen hier verschiedene Figuren ein und das ist eine tiefe Welt und so. Aber wir bleiben erstmal nicht lange irgendwo. Aber ich weiß leider nicht mehr, wo wir als nächstes hinspringen. Ja, das ist ein Zeichen, dass die ein bisschen zu viel springen. Also ich muss zugeben, ich war in den ersten 20 Minuten hier und da auch ein bisschen lost. Wo sind wir jetzt? Wer sind die jetzt? Was haben die jetzt für eine Bedeutung? Das war mir ein bisschen zu, wir müssen das und das und das und das reinbringen. Und das war mir sehr, ich empfand das als sehr gehetzt. Ja, vor allem haben sie auch, da ist ja dann eine Szene, wo dieser Lenny Henry ja so Sardog, wo der irgendwie in so ein Buch guckt mit Weissagung oder was auch immer, wo dann zum einen diese Jäger, also diese komischen Flügeltypen, die ich irgendwie ehrlich gesagt so ein bisschen merkwürdig fand. Also in den Trailern wurde ja damals spekuliert, ob das eventuell die zwei übrigen blauen Zauberer sind, denen ja Tolkien nie einen Namen gegeben hat. Aber es ist irgendwie, ach, ich weiß nicht, es wirkte so ein bisschen witzlos auf mich. Es wirkte halt sehr Fantasy, es ist extrem so so Fantasy, so ein bisschen mehr Outwear, was ich ja schön fand. Für Fantasy, also die wirkten halt einfach wie Menschen, die sich riesige Flügel aufgeschnallt haben. Also das wirkte halt wie eine, wie eine Verkleidung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie Vogelscheuchen sein sollten in dem Stil oder sowas, aber das hat bei mir nicht so gezündet. Oh ja, stimmt, und er schaut in dieses Buch rein und sieht halt, oh, diese Wanderer bedeuten dies und was und die sagen, oh, Wanderer sind doch normalerweise zu dieser Jahreszeit nicht wirklich üblich und so weiter. Genau, und Wölfe auch nicht, Wölfe auch nicht an diesem alten Turm, wo Nori sich da rumgetrieben hat und also das Problem war einfach, die Verbindung zu ziehen zwischen Sardog, der hier in seinem Buch guckt und dann später jemand, der in ein Buch schreibt, aber das ist ja gar nicht Sardog, sondern Ah ja, richtig, ja, ja, dann Elrond. Genau, schneiden wir zu Elrond. Ja, das ist ein bisschen ich meine, so von der Musik und vom Ton her, also und wieder der, die etablieren ist so ein bisschen im Close, aber ich dachte schon, okay, wir sind woanders, aber das könnte jemanden verwirren, da hatte ich halt wirklich den, den, die Gedanken, wo ich dachte, okay, ich bin nicht verwirrt, ich weiß, wem haben wir jetzt einen Ortssprung gemacht, aber wahrscheinlich ist das nicht jedem sofort klar. Ja, wir machen einen Ortssprung nach Lindon, das ist ja so die Hauptstadt der, der Hochelben an der Stelle, also der Noldor nennt man die ja auch, es gibt ja mehrere Elbenstämme, kann man das sagen? Nee, auf, ja, auf jeden Fall die Elben, das Klans, Klans, Klans ist nicht schlecht, genau. Könnte man sagen, Niederlande zu finden. Und dazu gehört eben auch Elrond, den wir ja auch schon natürlich kennen aus der Herr der Ringe Trilogie in Gestalt von Hugo Weaving, hier ist er allerdings noch deutlich ja jünger, kann man das sagen, weil Elrond ist ja... Er ist jünger, er ist jünger, ja. Das hat bei Elben halt nicht viel zu sagen. Ich war aber mit der Wahl des Darstellers extrem zufrieden, also ich muss sagen, obwohl ich die Galadriel-Darstellerin auch ziemlich gut finde, ich finde bisher alle in dem Cast ziemlich gut, aber dieser junge Mann hier, der wirkt auf mich mehr wie eine junge Version von Hugo Weaving, als die Galadriel-Schauspielerin wie eine junge Version von Cate Blanchett. Ich fand ihn da irgendwie besser gewählt. Aber das Ding ist halt auch, das will ja glaube ich kein Prequel sein zu den Filmen, sondern... Nein, so gesehen nicht, nein. Aber irgendwie... Aber sie haben es schon sehr, sie haben es schon sehr, also es soll kein offizielles Prequel sein, wahrscheinlich auch in dem Blick auf die kreative Freiheit, die sie sich rausnehmen, aber... Also wenn man sich Morfett Clark ansieht, da channeln sie schon ordentlich eine junge Cate Blanchett irgendwie auch ein bisschen. Was man hier zu dem Elrond sagen kann, also das ist ja Robert Aramayo, glaube ich, der hat ja auch schon, also der hat ja auch schon ein bisschen Fantasy-Erfahrung, der hat nämlich den jungen Ned Stark gespielt in einem Flashback... Oh, daher, ja, stimmt! Staffel Game of Thrones. Stimmt, stimmt! Und da hatte der auch schon dieses sehr markante Rollen der R, ne? Da sagt der irgendwie auch im Englischen so Now it ends up, oder so, ne? Irgendwie das... Also hier am Tower of Joy, glaube ich, ne? Also, Spoiler für Game of Thrones. Ja, stimmt, stimmt. Finde ich sehr schön, also man muss sagen, also in Game of Thrones hatten sie wirklich, also ich weiß noch, es kursierten damals dann wirklich Videos von Sean Bean irgendwie in so einem Werbespot in den 80ern, bevor er bekannt wurde, und daneben dann Robert Aramayo und meine Güte, die haben... Der sieht dem zumindest in der Szene wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, ja, aber genau, also für ihn ein, zusammen mit seinem sehr schönen Musikthema und, äh... Und man sieht so, man etabliert so bei ihm, oh, er ist... Er zieht sich so ein bisschen zurück, wo man so das Gefühl hatte, er ist nicht die Art von... Ich meine, er ist ja auch lore-technisch, er ist ja auch ein Halb-Elb tatsächlich. Hier wird das noch nicht erwähnt, aber der Track-Titel im Soundtrack zeigt, dass sie da auch dran gedacht haben. Er steht nicht so ganz über den Dingen, glaub ich, wie die anderen Elben und so. Und, ähm, sucht sich auch gern mal ein ruhiges Plätzchen anscheinend. Ein Bäumchen. Genau, und, äh, auf jeden Fall... Dass er eine wirklich schöne Szene ist, wie so Elben. Total, ja, es ist halt einfach dann, äh, wir kriegen am Anfang nicht den Sweeping-Esservishing-Shot, sondern erst kurze Zeit später dann, wenn er, äh, wenn er kurz dann dorthin geht, oh, meine, meine Freundin Galadriel ist hier. Und, ähm, äh, dann ist sie eben dort und sie reden über, über Valinor, was, was so ein schöner Dialog ist, was ja später noch aufgegriffen wird sogar. Ähm, und, äh, eben über ihre, über ihre Reise und, äh... Wir sehen ja auch ein Bildnis, äh, irgendwie von einem Schiff, das nach Valinor fährt. Ja. Und ich muss da sagen, also, das ist ja das Erste, was wir hören im, im, äh, in dieser Folge. Also, das Musikthema von Ben McCreary. Und auch wenn ich mit der anderen Musik, also vor allem das Sauron-Thema, das kriegt mich leider überhaupt nicht. Aber Valinor, das hat tatsächlich was. So schön. Das hat eine, das hat eine gewisse Sogwirkung und, äh, später dann, also, so relativ zum Ende der Folge, da fahren sie dann ja dahin und das, also, das zitiert das schon sehr gut aus dem Buch, wo es da wirklich heißt, man, man fährt dann da durch und irgendwann hört man dann die Musik, die nie endende Musik und den Gesang, der halt von den unsterblichen Landen herüberweht förmlich, ne? Und das, das fängt es schon irgendwie sehr gut ein. Also, das ist was, was mir wirklich gefällt an der Musik. Ja, das ist alles sehr schön. Auf jeden Fall, äh, bemerkt man, äh, die Bindung zwischen den beiden, die freundschaftliche Bindung, aber sie ist immer noch in gewissem Sinne, äh, verbittert und hart und, ähm, möchte, äh, will, ähm, eine entsprechende Audienz haben und sagt dann, vielleicht, vielleicht nach der Zeremonie. Sie will, sie will, sie, sie will eine neue Heerschar beim König sozusagen beantragen und zeigt ihm dann auch dieses Mal, äh, woraus sie ja nicht wirklich schlau wird. Also, das sagt sie ja auch, glaube ich, in der Szene vorher an dem, äh, Grabmal ihres Bruders und Erleichternam ihres Bruders, dass selbst die Weisesten unter den Elben nicht wirklich entziffern konnten, was das heißt. Genau, hat sie ja auf ihrem Bruder gesehen und dann auf dem Amboss. Genau, man, man hört dann aber auch heraus, dass, äh, der Elbenfürst Gil-Galat, also, das ist ja wirklich der hohe König der Noldor, äh, das ist übrigens derjenige, dem wir auch im Prolog von Herr der Ringe die Gefährten sehen, das ist derjenige, der Sauron niederwarf, zusammen mit Elendil und Isil durchschnitt dann den Ring von Saurons Hand. Allerdings, äh, starb Gil-Galat dabei. Der wurde, glaube ich, ja gut, ist das, ist das ein Spoiler, wie er stirbt? Ach nee, sahen wir jetzt nicht. Na, nicht unbedingt genau. Also, falls das, falls das hier noch, falls das in dieser Serie vielleicht noch eine Rolle spielt, dann, dann sagen wir es übernicht. Wahrscheinlich schon. Können wir mir vorstellen, wenn es die Serie endet mit der Schlacht des letzten Bündnisses. Aber auf jeden Fall merkt man, dass Gil-Galat nicht allzu gut, äh, mit ihr Kirchen, ähm, also nicht allzu gut auf sie zu sprechen ist, weil sie hat sich wohl schon öfters Vorgaben und Befehlen widersetzt und hat ja auch schon einige ihrer Männer, äh, abseits dieser, äh, also in diesen abseitigen Eiswüsten mehr oder weniger mit in den Tod genommen. Und er will sie jetzt eigentlich ehren für ihre Leistung. Und Galadriel will aber unbedingt eine Audienz und die soll ihr Elrond verschaffen. Und dann sagt er nach der Zeremonie und wenn du immer noch so denkst, dann, dann machen wir das. Ähm, genau. Und dann sind wir aber, glaube ich, wieder bei den Haarfüßen erst mal, bevor die Zeremonie beginnt. Genau, da sehen wir dann jetzt auch die Eltern von Nori. Äh, sowohl Vater als auch Mutter. Der Vater ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen so, so ein nachlässiger Verspielter, die Mutter ist ein bisschen sorgenvoller. Äh, ja. Und was mir halt gleich auffiel, das fand ich so komisch. Also generell, äh, das ging ja auch durch die Medien, äh, dass sie insbesondere jetzt hier, was die Hobbits angeht, sehr auf Diversity setzen. Also das sieht man ja vor allem an Lenny Henry, der ja, glaube ich, wirklich ein Afroamerikaner ist. Was mir aber, äh, oder was, was ich einfach irritierend finde, dass Noris Vater, äh, schon einen dunkleren Hauttyp hat, ihre Mutter auch und die Tochter ist trotzdem weiß. Nee, der, der Vater hat einen helleren Hauttyp. Und wenn, wenn, in so einem Fall kann's, ja, und in so einem Fall passiert es tatsächlich, dass man entweder in diese oder jene Richtung ausschlägt. Äh, okay, also vielleicht hab ich da auch nicht richtig hingeguckt. Also das, das, aber das ist so generell so ein bisschen, was, was mir auffällt, dass, äh, alle möglichen Haarfüße, äh, diverse as fuck sind und die Hauptfigur ist halt trotzdem weiß. Das, also, ja, das wirkt da ein bisschen inkonsequent auf mich. Also wenn sie, wenn sie schon auf die Diversity, äh, Nummer, äh, aus sind, dann hätten sie da eigentlich auch Nägel mit Köpfen und eine farbige Hauptdarstellerin nehmen können, wie ich finde. Das, ich hatte da keine Probleme mit, ähm, aber, äh. Ja, was heißt, was heißt Probleme? Mir fiel das halt schon irgendwo auf und weil sie sich ja doch, also man merkt ja, die Macher sind schon mächtig stolz auf, äh, den, äh, Diversity-Einschlag der Serie. Mir kommt das nie in irgendeiner Form da halt irgendwie in your face gezwungen rüber. Ich hab da, ich hab da nie in irgendeiner Form groß dran gedacht. Ich dachte mir einfach, oh ja, da sind halt auch Hauptfiguren, die meine dunkle Hautfarbe haben. In der Tolkien-Option. Oh, was für ein Skandal. Nee, also einfach nie. Also ich hab einfach nur die wahrgenommen als, als eben, als, als die Charaktere und als diese, als diese Welt. Und, ähm, ähm, auf jeden Fall verteilt sie Brombeeren, ähm, wird gescholten, dass sie wieder weiter weg ist und man zeigt ihr ihre, ihre Sehnsucht nach, nach der Ferne. Sie hat da so einen sehr schönen Vortrag. Ich fand das, das, das war, das, das war sehr schön, äh, poetisch, wie sie das ausgedrückt hat. Und, und wird natürlich halt niedergerungen in dem Sinne von Schuster, bleib bei deinen Leisten sozusagen. Ironischerweise, weil sie keine Schuhe tragen. Was ich da aber ein bisschen, was ich da aber ein bisschen seltsam fand, weil ihre Mutter offenbart, ja, dass sie irgendwie doch Ahnung hat von der Welt da draußen. Was ja irgendwie eigentlich nicht sein kann. Weil wenn die immer nur unter sich geblieben sind, woher wissen die dann, dass es überhaupt Elm gibt? Woher wissen die, dass es Zwerge gibt? Also das war ja dann dieser, dieser Vortrag, den man auch hört in den Trailern. Generell diese ganze Szene ist sehr prominent in den Trailern vertreten gewesen. Ja, fand ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt. Ich denke mal, dadurch, durch ihre Verbindung mit der Natur und eben auch, ich denke mir auch, dass mir bestimmten Leuten Handel treiben durchaus, kann ich mir vorstellen, dass sie halt natürlich durchaus Ahnung haben, oh ja, die sind als wenn sie gezielt, wenn sie gezielt auf irgendwen zu gehen halt. Ich denke halt nur, wenn sie so allgemein dann, da kommt irgendwer, den wir nicht kennen, verstecken wir uns erst mal und so. Ja, aber also die hat ja schon relativ, weiß ich nicht, die Zwerge beschützen ihre Minen, die Menschen ihre Weizenfelder und hab ich mich schon so ein bisschen gefragt, wo, ja, woher weißt du das jetzt alles? Also ich meine, die haben ja auch nicht die großartige Geschichtsschreibung oder so, also das wirkt da ein wenig, das wirkt da ein wenig forciert auf mich vom Dialog. Die Tatsache, dass er ja dieses weise Buch hat, wie auch immer, das heißt ja, dass sie irgendetwas festhalten und bestimmte Zeichen beuten. Ja, okay. Und die Tatsache, und er scheint ja auch, der oberste dort scheint ja auch so eine gewisse Verbindung zu haben, wo dann halt Zeichen und Omen deutet und so. Also ich denke mal, der hat da seine Augen und Ohren so ein bisschen weiter geöffnet, wo man dann, wo sie dann durchaus so gewisse, auf gewisse Informationen zugreifen können, so auf die mystischere Art und Weise. Aber dass sie jetzt Handel treiben, da. Ich hab's mir das einfach so gedacht, halt eventuell, könnte ja sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sie meinen ja gezielt das große Volk. Ja, aber jedenfalls, jedenfalls wenn sie es wollen, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht, ich meine, dadurch sind sie auf irgendwelche Bauernhöfe oder so, auch wenn es ja noch nicht super dicht besiedelt ist allgemein. Jedenfalls scheint es so. Aber danach gehen wir ja rüber zu der, ich glaube, dann gehen wir wieder zu den Elben. Dann gehen wir wieder zu den Elben. Das ist, ach, das hätte man vom Schnitt anders lösen müssen, finde ich. Ich denke mal, ich denke mal, die in der ersten Folge wollten die auch sich ein bisschen bemühen, von wegen halt, wir möchten nicht zu lange irgendwo verweilen und so ein bisschen halt, so ein bisschen mehr Tempo reinbringen. Es kann ja durchaus sein, dass das so im Schnitt noch so ein bisschen umgeändert wurde und das vielleicht ursprünglich ein bisschen anders strukturiert war. Mich hat's nicht wirklich gestört. Ich dachte mir, oh ja, einfach visuelle Abwechslung, nice, weil ich konnte dem allen gut folgen. Wie war das für dich? Ich fand eher, ich hätte es, also ich hätte es an Amazons Stelle so geregelt. Ich hätte gesagt, anstatt die ganze Zeit rumzuspringen, verbringen wir vielleicht eine Folge nur an zwei Standorten. Dafür walzen wir das dann aber aus, indem die Staffel mehr Episoden hat. Du kannst ja ja schon absehen, was, was der Fall ist. Man springt in dieser und auch in der darauffolgenden Episode so viel hin und her, er etabliert so viel, weil man eben auch eine Menge Plot hat, der danach noch folgen wird, die man in acht Episoden unterbringen muss. Aber ganz ehrlich, wenn da so viel Establishing und Narration Material ist und Erklärungsbedarf, dann würde ich echt sagen, klebt noch zwei Episoden dran und nehmt euch die Zeit und eine Episode komplett oder vielleicht nicht eine ganze Episode. Wir verbringen die Hälfte der Episode bei den Hobbits, wir verbringen die Hälfte der Episode bei den Elben und alle anderen Figuren kommen dann eben erst danach. Du musst nicht wirklich alles in der ersten Folge etablieren. Also das ist wirklich so mein größter Kritikpunkt. Das war mir alles viel zu sprunghaft. Dann meinetwegen, mach mehr Episoden, aber nimm dir die Zeit dafür. Ja, da sind sie, mit den Episoden, da sind sie tatsächlich vertraglich dran gebunden bei der Tolkien Estate, dass das nur acht Episoden sein dürfen. Das hängt damit zusammen, dass es, also dadurch konnte die Serie überhaupt realisiert werden, dass es eine juristische Lücke gibt im Vertrag, den die Tolkien Estate damals mit den Tolkien-Erben selber wirklich ausgehandelt hat. Und da ging es um die Option einer TV-Serie oder was auch immer, die aber nicht mehr als acht Episoden beinhalten darf. Und sie haben das dann natürlich jetzt noch mal neu ausgehandelt, dann, dass sie halt mehrere Staffeln machen dürfen. Aber ich glaube, eine Staffel darf tatsächlich immer nur, ja, acht Folgen haben. Also ich kann mich, ich kann mich da Christopher schon irgendwo anschließen. Also ich fand's jetzt vom Pacing her okay, aber es, also es sind, es sind mir zu kurze Szenen, ehrlich gesagt. Also manche Szenen gehen ja nicht mal irgendwie zwei Minuten und dann, dann kann man doch irgendwie, also es wäre kein Problem gewesen, das mit den Haarfüßen jetzt erstmal bis zum bestimmten Punkt zu bringen und dann jetzt Galadriel mit dieser Zeremonie, das, das hätte auf mich runder gewirkt tatsächlich. Dass man auch mal die Szenen sich ein bisschen, ein bisschen entfalten lässt und sich das nicht so, ja so, so stakkatohaft abgearbeitet anfühlt tatsächlich. Ich hatte damit, wie gesagt, kein Problem. Ja, ist ja. Gerade im Vergleich zu halt bei Game of Thrones, wo da wirklich Szenen oft sehr, sehr lang gehen und wir sehr, sehr lang an einem bestimmten Ort sind, bevor wir irgendwo anders sind. Natürlich, das etabliert Atmosphäre, es gibt einem Zeit, sich darauf einzulassen, aber gerade halt in, wenn man dann Staffel 6 oder 7 ist oder wie auch immer, dann denkt man, ja, ja. Ja, es lässt halt die Charaktere atmen. Es lässt sich sehen atmen. Ja, ich meine, und hier fand ich nicht, dass das irgendwie gehetzt wirkte oder so. Ich fand einfach nur, das war angenehm. Nee, gehetzt nicht, aber so vom Rhythmus her einfach irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber auf jeden Fall landen wir dann ja hier wieder in Lindon und sehen dann, wie Gil-Galat die Elben auszeichnet. Da sind ja auch dann, glaube ich, die anderen bei, die von Galadriel Schar noch übrig geblieben sind und der hält dann irgendwie Loblied auf die von wegen, ihr habt jetzt irgendwie tapfer all die Jahrhunderte eigentlich eher die Überbleibsel von Morgoth beseitigt bis in die hintersten Ecken und jetzt beginnen die Tage des Friedens und ihr bekommt auch eine ganz besondere Belohnung, denn ihr dürft heimkehren, also wirklich nach Hause, nicht irgendwie in den Wald, den ihr euer Eigen nennt, sondern nach Valinor, also in die unsterblichen Lande. Womit Galadriel offensichtlich nicht einverstanden ist. Ich mochte ihre Reaktion sehr, ihr wollt mich doch hier verarschen, oder? Genau, aber die anderen sind natürlich sehr erlöst für sie, für die ist das natürlich das Größte und ja und genau, die erste Szene mit Galadriel, ich mag Benjamin Walker allgemein sehr gerne als Schauspieler, denn das ist ja dem meistens zum ersten Mal aufgefallen in Abram Lincoln Vampire Hunter und dann war in verschiedenen anderen Sachen, sowohl die Farbe als auch Kino. in In the Heart of the Sea und halt verschiedene, verschiedene Sachen hat er gemacht und ich fand ihn immer sehr gut und hier ist er wirklich, er bringt wirklich da diese, genau so die richtige Art von Würde und Grazie rüber, die da diese Art von Elbenfigur haben muss und man zeigt hier so eine cheekige Art auch von Elrond, wie er halt so stumm die Rede mitspricht. Das ist, das fand ich cool, das fand ich sehr, sehr cool, da weißt du sofort, er hat die geschrieben. Und ja, und einfach, oder halt, oder halt, er hält diese Rede nicht zum ersten Mal oder wie auch immer halt, das ist alles sehr, das ist alles sehr hübsch, sehr hübsch gemacht, ein schönes Charakterspiel, alles, alles sieht, sieht, sie sieht prachtvoll aus und hübsch und das Kostüm, das Kostüm von Gil-Gala, das ist wirklich toll, also das könnte auch so eins zu eins aus den Jackson-Filmen stammen. Das ist einfach alles sehr, sehr schick, dann, ich weiß aber nicht mehr, wo wir dann sind und ich glaube, bleiben wir dann dort mit dieser Feuerwerk-Überblendung. Genau, erinnert ihr ja auch so ein bisschen, ja, wobei habe ich mich auch gefragt, wann haben die Elben Feuerwerk, aber naja. Ja, ich kann mir gut, ich meine, die sind ja in anderer Art technisch versiert und da haben sie halt auch diese Art von magisches Feuerwerk, wer weiß, auf jeden Fall sieht's hübsch aus, aber Galatia feiert nicht mit, sie ist dann so eine Art von Gedenkstätte, wo sie halt bei ihren Bruders, die so alle irgendwie so so Holzstatuen oder wie auch immer und das sind halt sehr viele auch, also man sieht im Hintergrund, das ist halt wirklich ein sehr großer sozusagen Park oder Garten, wie auch immer und ich, wo man sich halt denken kann, da sind, wenn, wenn schon nicht alle, dann auch jedenfalls viele von den höchsten Elben irgendwie verewigt dort, wo sie ja auch irgendwie das im Tier abfallen lassen, wie viel größer soll diese, diese Städte noch werden und so weiter, wie viele, wie viel mehr Statuen, wo sie noch ein bisschen. Ja, wie viele Leute, wie sie noch irgendwie für ihren, also für ihre fanatische Jagd irgendwie schon so ein bisschen auf Sauren noch opfern, darum geht's dann ja auch in dem Dialog. Ich muss, ich muss sagen, die Szene ist von der Optik her, also da wurde ja auch vorweg ein Poster veröffentlicht, letztens, das fand ich wirklich toll. Sieht sehr hübsch aus alles. Vom Licht her, das erinnert das schon an Lothlorien. Sehr, sehr märchenhaft. Und im Hintergrund halt hört man das Feuerwerk und das etablieren sie auch. Nein, ich gedenke, ich gedenke es abzulehnen und dann sagt er, lass es. Der ist nicht nach Feiern. Genau, und lass es ruhen, et cetera. Also ein bisschen längere Dialogszene, dann bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie es weitergeht. Er ist ja, also er ist ja der Meinung, also das hat man ja auch groß in den Trailern gesehen, von wegen, jetzt lass mal so langsam dein Schwert stecken. Es ist ein Geschenk, dass du jetzt zurückkehren darfst in deine Heimat und das will sie aber auch gar nicht wirklich. Und was da ein bisschen seltsam war, er sagt dann irgendwie, ja, es ist vorbei, dass das Böse und der Feind sind weg und dann meint sie so, ja, warum ist das Böse dann noch hier drin und zeigt so auf ihre Brust und ich dachte mir so, was soll mir das jetzt sagen? In dem Sinne von halt, dass sie das Gefühl hat, dass das Böse noch dort ist. Ja. Das meint sie damit, nicht irgendwie, dass in ihr jetzt etwas Böses schlummert. Nee, nee, klar, aber ja, das fand ich trotzdem irgendwie seltsam. Sie hätte auch, sie hätte auch auf ihren Kopf zeigen können, aber das wäre irgendwie weniger poetisch gewesen. Das wäre auch seltsam. Das hätte noch seltsamer aussehen am Ende, ja. Sie hätte höchstens sagen können, warum habe ich dann immer, warum habe ich dann dieses ungute Gefühle, so hätte sie auch sagen können. Ja, aber in dem Sinne halt, dass sie das zeigen hat, ich habe noch dieses, das Böse, das hat noch einen Schatten in meinem Herzen hinterlassen und so. Ja, wo sie dann auch nur Heilungen erfahren kann, Lord Elrond, wenn sie, gerade wenn sie nach Valinor zurückkehrt und da hat sie dann ja auch gesagt, ja, da wird es mir auch nicht besser gehen, da wird dann eher der Highti-Tighti-Gesang wird dann eher noch so meine Kriegswunden verhöhnen und man merkt auch, dass sie, ja, also sie hat dann auch schon so den Gedanken, ja, was bin ich denn ohne mein Schwert? Also eine Kriegerin ohne Krieg, so ein ganz klassisches Muster, ne? Mhm. Ist die Heerführerin, wird sie etabliert und so, dann weiß ich aber leider nicht mehr, wo wir weitermachen. Aber ich glaube, dann gehen wir zu den Südlanden. Ja, dann haben wir einen komplett neuen Schauplatz, der auch völlig dazu erfunden ist, nämlich Tierharad. Ich weiß auch gar nicht genau, ob das so viel mit Harad zu tun hat, weil es ja eher, also klar, es ist im Süden, aber Südosten, ja, ja. Es sieht mir aus wie so knapp nordöstlich oder östlich von Mordor, aber das ist halt vergleichsweise trotzdem Süden von Mittelerde. Genau, also von dem, was später halt Mordor wird, genau, dieses wunderschöne, dieses wunderschöne Dorf, wo ich auch dachte, haben die das in echt? Das sieht aus wie echt gebaut. Also halt, es ist eine wunderschöne Location. Wunderschön. Und wo sie dann, wo sie dann etwas sehr Interessantes etablieren, ohne es groß zu erklären, weil da kommen zwei, zwei Elben an, die so ein bisschen, weil wir sehen da überall Menschen, es sind halt auf jeden Fall, das Dorf ist von Menschen bewohnt und es wird ja auch etabliert, das Reich der Menschen. Ich mochte halt diesen Kartenübergang auch sehr gerne und sieht man halt diese zwei, also so vom Äußeren, obwohl sie erstmal noch kaputt sind, merkt man, okay, das sind Elben definitiv, aber die werden so auf so eine Art beäugt, wo man so denkt, die gehören hier nicht wirklich dazu. Und dann, und da tritt der, der eine von denen in ein, in ein Gasthaus ein. Genau, Aron Dier heißt der, auch eine neue Figur. Und da wird etabliert, dass, also erstmal noch nicht komplett, aber halt, dass die hier regelmäßig vorbeikommen, jedenfalls. Genau, die haben ja hier, die unterhalten hier einen Außenposten, wo sie mehr oder weniger, ja, eigentlich wachen sie hier so über die Nachkommen derer, die mal im Verbund, mit Morgoth waren. Ja, genau. Und der, Aron Dier ist, also der, der geht da wohl regelmäßig hin und lässt sich dann von dem Wirt irgendwie Bericht erstatten, was da jetzt irgendwie an, an Vorkommnissen war und platzt dann auch irgendwie da relativ rein, als der Wirt dann irgendwie mit, mit anderen Gästen dann da über irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, in eine Vergiftung oder sowas regelt. Ja, genau, eine Vergiftung in gewissem Sinne. Es schlägt noch ein bisschen Feindschaft entgegen von einem Jungspund dort, wo dann aber der Elf auch Gewalt unterbindet. Und aber da eine, eine Frau auch dort im Schankrum sitzt, die auf eine gewisse Art reagiert, wo man denkt, okay, die beiden haben in irgendeiner Form eine, eine Geschichte. Und ja, und das, das wird halt, das hat mich so diese Art von, weil es wird später ein bisschen mehr etabliert, was genau das für ein Wächterverhältnis ist oder und so weiter. Und da kann man so gewisse, und das ist halt nicht irgendwie was, was, was feindliches in gewissem Sinne, sondern von irgendwie, ja, wir sind, wir sind hier und, und haben einfach ein Auge auf alles und so weiter. Das ist nicht irgendwie, dass wir euch hier unterdrücken als Elben. Aber es hat ja so etwas, es ist, es hat, es hat etwas so von wegen, es ist so leicht so Überbleibsel von so einer gewissen Besatzungsmacht irgendwie. Ja, so ein, so ein bisschen, also ist ja, ist ja ein Außenposten. Genau. Aber man könnte sich vorstellen, dass die früher vielleicht ein bisschen mehr Präsenz noch hier hatten, weil ganz offensichtlich sind nicht mehr viele Elben dort in der Gegend unterwegs. Aber trotzdem ist dieser Junge ihm gegenüber doch ziemlich feindselig und, also dieser Wirt erzählt ihm dann ja auch, dass da irgendwie von einem, von einem Bauern, dass da irgendwie die, die Weide faul ist und dass da nur noch Unkraut wächst und dieser Junge greift das dann auf von wegen, mein Gott, es geht hier nur um Flecken Gras und dann sagt er was sehr Interessantes, eines Tages kehrt unser wahrer König zurück. Da müsste man jetzt auch überlegen, wen er damit meint. Meint er damit Morgoth tatsächlich oder jemand anderen? Ich weiß nicht, ob die, ja, es ist jetzt, also das ist für mich halt irgendwie immer noch nicht wirklich klar, ob das jetzt Haradrim sind oder ob das Ostlinge sein. Ich glaube, es ist ja offensichtlich, weil es sind ja auch wirklich verschieden aussehende Menschen dort. Ich schätze, dass diese, in diesem Punkt hier ist es irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Melting Pot, aber halt in einer sehr kleinen Ausführung, wo wir halt, wir haben hier Menschen von verschiedenen, so aus verschiedenen Teilen der Welt so ein bisschen, die hier gerade auf diesem Fleck zusammengekommen sind, um hier zu leben. Man hat da auch wirklich keine, in irgendeiner Form Waffenpräsenz sonst. Das scheinen halt wirklich einfach nur so Bauern zu sein. Die haben irgendwie fast ein bisschen, abgesehen natürlich von so dem allgemeinen Look, also die wirken, die wirken teilweise doch ein bisschen ärmlich. Also es ist, also super toll geht es ihnen höchstwahrscheinlich nicht, aber es ist wahrscheinlich auch, also könnte es schlechter sein, weil das umgebende Land scheint ja ganz in Ordnung zu sein und es gibt ja auch andere Dörfer im Umkreis, wie wir dann später erfahren. Ja, aber es ist halt trotzdem, auf jeden Fall ist es ein bisschen heikel und ich finde, was der, was der Schauspieler von Rondi hier, Ismael Cruz Cordova, ich finde, der bringt sehr gut so diese, diese, diese Art von Elb rüber, wo er so ein bisschen, weil er ist so ein bisschen stoisch auf seine Art und wirkt so ein bisschen so in die Ferne gekehrt und wirkt auf so ein bisschen, er weiß nicht ganz, wie er gewisse Gefühle ausdrücken soll und so weiter. Also er wirkt. Ja, das kommt er später nochmal durch dann. Genau. Und das, ich fand, ich fand das schön, weil wir so, wir haben ja wirklich halt so, die Elben sind ja wirklich so der Hauptcast, gerade auch in der ersten Folge, aber wir kriegen so verschiedene Typen vorgestellt, so vom, so vom Wesen her. Und das, das finde ich eben schön. Ich mochte auch seine Aufmachung sehr gerne, seinen Gefährten sehen wir kurze Zeit später. Diese, diese Elben sehen so ein bisschen wilder aus. Wie, wie hat's auf dich so gewirkt, Christopher? Ich bin gerade lost. Bei welcher Szene sind wir? Bei dem im Dorf, wo wir den, den Elbencharakter etablieren, der da ein Wächter ist. Genau. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr mit dem Schauspieler und der Figur vertraut seid, aber dieser Mann in dieser Rolle wirkte auf mich wie Lieutenant Tuvok aus Star Trek Voyager. Er wirkte auf mich genauso deplatziert und irgendwie, ich weiß nicht, er hat für mich den falschen Vibe ausgestrahlt. Vielleicht muss ich ihn länger in dieser Rolle sehen, aber irgendwie hat er für mich nicht funktioniert, der Kerl. Ja, also mir hat's auch nicht wirklich was gegeben. Er sah für mich auch eher so, rein von der Optik sah er für mich eher aus wie ein Unbefleckter aus Game of Thrones leider. Und das konnte ich die ganze Zeit nicht abschütteln. Ich glaube, den Schauspieler, den kennt man auch noch nicht so wirklich. Ich sehe jetzt auch gerade, der ist jetzt demnächst auch in, äh, hier Guillermo del Toro's, äh, Cabinet of Curiosities auf Netflix zu sehen. Sie, äh, die ja dann hier auch eingeführt wird, äh, also hier, Bronwyn heißt ja, glaube ich, ihre Figur, die ist ja schon ein bisschen bekannter. Das ist ja hier Nazanin, äh, Bodjani. Äh, die hat man ja schon in einigen Sachen gesehen. Äh, ist ja eigentlich auch, also, weiß gar nicht, auf jeden Fall, also der Name klingt jetzt nicht sonderlich, äh, amerikanisch, sag ich mal. Genau, das ist eine Iranerin, ist das, aber die hat ja doch einen relativ hellen Ton tatsächlich. Ja, die kam mir sehr bekannt vor. Wo hab ich die zuletzt gesehen? In dem, oh, in dem furchterlichen Ben-Hur-Remake und in, äh, Homeland war sie auch eine Weile drin. Naja, auf jeden Fall, äh, die spielt, äh, eine heilerin Bronwyn, äh, mit der trifft sich dann auch Arondir hinter dem, äh, Haus. Ich weiß gar nicht, ob er sie kennt, aber da ist direkt eine gewisse Vertrautheit zwischen denen. Sie, sie kennen sich, also es wird halt wirklich etabliert, die beiden, die beiden kennen sich schon länger, auf jeden Fall. Ähm, aber er ist sehr, er ist sehr, in gewissem Sinne introvertiert. Also, auch bei ihr ist halt so ein bisschen mehr noch so, also, beide fühlen sich zueinander hingezogen. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, da war schon ein bisschen mehr zwischen denen, aber es ist alles so ein bisschen unterm, äh, unterm Tisch, weil sie nicht genau wissen, oh, was hätte das für eine, ähm, für eine Konsequenz in irgendeiner Form. Auf jeden Fall reden sie so ein bisschen über die Heilerpraktiken der jeweiligen Völker. Es ist nur ein kurzer Dialog und der Wirt sieht sie. Ich glaube ja, sie ist die Tochter von dem, von dem Wirt, oder falls das Taverne war nun, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ihr Vater oder Onkel oder was auch immer. Ähm, ähm, könnte sein, dass sie verwandt sind, ich bin mir nicht sicher. Ja. Aber auf jeden Fall haben sie einen kurzen, ist ein Dorf, einen kurzen Dialog, wo ein bisschen das angedeutet wird und dann, äh, gibt's einen Dialog, wenn sie wieder aus dem Dorf rausgehen, ähm, von, mit ihm und seinem Gefährten, wo er halt wirklich sagt, was, was glaube ich, ich bin nicht blind, ich merke doch, da, da läuft was und so und. Ja, und Vereinigung zwischen Elb und Mensch, das kann nur nach hinten losgehen, ist natürlich auch eine kleine Anspielung auf. Ja. Oh ja. Hier Bären, Bären und Luthien. Ja, das ist, das ist sehr, sehr hübsch, genau, und dann gehen sie zu dieser, zu dieser Wacht, ähm, was ich, was ich richtig schön fand, dass man halt in späteren Einstellungen diesen Turm auch immer mal wieder im Hintergrund sieht, was halt so eine schöne, für eine schöne Geografie sorgt, ähm, wo man denkt, ah ja, da sind wir im Verhältnis und so und dann gehen sie zu diesem Turm, wo sie dann Bescheid bekommen, dass, oh, es wird gesagt, der Krieg ist vorbei, wir können hier weg, äh, womit natürlich. also Gil-Galat, äh, da kommt dann irgendwie Kunde. Ja, wo dann halt, äh, Aaron dir. Das hier endgültig den Augen aus dem Posten aufgeben kann. Genau, wo Aaron super mit einverstanden ist, weil halt wirklich, wie wir dann, wie er dann mit seinem, ich schätze mal, Commander dort noch etabliert hat, ich hab mich eher so, so dran gewöhnt hier, ich bin jetzt schon so lange hier und halt natürlich halt auch, weil er sich zugeneigt fühlt zu, zu einer, zu einer Menschenfrau, die dort wohnt. Und ja, die, die, äh, da muss ich sagen, die Szene fand ich leider, also es war zwar nur ein kurzer Dialog, aber die fand ich leider sehr forciert geschrieben. Also, so, so richtig Expositionsdialog von wegen, ach ja, 79 Jahre war ich hier und das muss der andere Typ dann auch nochmal erwähnen, dass, hey, du warst 79 Jahre hier, weil die Zuschauer haben halt die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfisches. Also, vor allem muss ich sagen, wo sie da auf dem Turm standen, also da ist mir das CGI tatsächlich zum ersten Mal richtig negativ aufgefallen. Also, da hat man schon gesehen, dass die wirklich einfach von einem, von einem, äh, Greenscreen stehen an der Stelle. Das wirkte, also, zumindest die Umgebung wirkte auf mich sehr künstlich. Das sah an einer Stelle sogar fast aus wie aus einem Videospiel. Ähm, da gab's aber so einige Stellen, wo ich damit Probleme hatte. Nicht nur das, nicht nur das. Das, das schwankt bei der Serie generell. Also, man sieht schon den Production Value, aber in erster Linie würde ich sagen, eher in den Kostümen und der Ausstattung und ja, es gibt tolle Money Shots, das haben wir ja auch schon jetzt ein paar Mal gesagt, aber da sind so Stellen, wo ich mir echt denke, meine Güte, 400 Millionen Dollar. Ja, aber das ist das Ding, vielleicht ist es keine Budgetfrage. Ich, ich erinnere nur mal an den, äh, Marvel-Skandal, der vor ein paar Wochen rauskam, wo CGI-Leute sich darüber beschwert haben, sie sind total überarbeitet und sie haben keine Zeit und deswegen sieht das in letzter Zeit so mittelprächtig aus. Wahrscheinlich ist es auch einfach hier ein Zeitproblem. Ich hatte mir, ich hatte halt nie irgendwie ein Problem da, damit oder was, ich fand alles da sehr, sehr hübsch aus. Das ist halt, das Unterbewusstsein sagt einem halt, ja, das ist nicht echt, aber halt, es ist immer so genug echtes Zeug mit drin, wo man dann, ja, also wie gesagt, das ist halt meine, meine Meinung. Ja, also ich weiß nicht, also man muss es jetzt nicht unweigerlich mit, mit den Jackson-Filmen vergleichen, aber insbesondere in solchen Szenen da, ah, das, das, das fiel mir schon auf, da fehlt mir irgendwie das, das Haptische, auch, dass dieser Turm, dass das, dass das alles so ein bisschen geleckt auch irgendwo aussieht, also nicht, nicht irgendwie gelebt oder von wegen, die haben da jetzt 79 Jahre Wachposten geschoben. Ja, wirkte so ein bisschen glatt gebügelt. Da fehlt auch einfach der, der Hauruckpack an Filmemacher-Style von Peter Jackson. Ich meine, dass, dass, dass die Ring-Trilogie immer noch so gut aussieht, hat ja seine Gründe. Man erinnere sich an seine Wurzeln als, als Slasher und Trash-Filmemacher, wo er eben eine ganze Menge selber basteln musste. Und das hat er bei diesem Riesenprojekt einfach beibehalten. Wenn man sich die, das Bonus-Material auf der Special Extended, Edition ansieht, wie häufig sind da Miniaturen gebaut worden, die dann eben so gefilmt wurden, damit sie groß aussehen. Eben diese ganz klassischen Tricks, auf die er da zurückgegriffen hat. Wie geht's schon? Ja. Er wurde, er wurde ja auch sehr geprägt von eben diesen ersten Pionieren der Special Effects, Ray Harryhausen und so weiter. Ja. Ja, ja, ja. Und das kommt da zur Geltung. Und natürlich hat ein Team im, im Jahr 2022, das sich an so ein Projekt macht, das, das hat da überhaupt nicht diesen Ansatz. Das denkt über sowas gar nicht nach. Natürlich nutzen wir CGI. Was denkt ihr denn, was wir machen? Ja. Ja, obwohl man bei, wer weiß, ich meine, Jay Bayona ist ja, kommt ja irgendwie auch eher so aus der kleinen Genre-Ecke. Und da hätte man vielleicht auch erwarten können, dass er da vielleicht so ein paar Tupfer oder sowas mit einbringen kann. Aber ja, ich glaube, er ist hier auch eher ein bisschen Erfüllungsgehilfe. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch nicht wirklich irgendwie eine Handschrift erkannt, zumindest in der Folge. In der zweiten dann vielleicht ein bisschen mehr, aber hier leider nicht. Was man noch sagen kann, wir erfahren da noch, vor dem Krieg war Arondir irgendwie ein, ich glaube, er sagt ein Anbauer im Deutschen. Ja, auf jeden Fall so landwirtschaftstechnisch. Genau. Und dass er jetzt irgendwie Ehrung und Titel erwarten kann und dass er nicht vergessen soll, wir haben hier nicht Wache gestanden, wegen den Taten der Vorfahren, sondern dem, was die Einwohner hier noch immer sind. Also es fließt immer noch dasselbe Blut durch deren Adern, was irgendwie Morgoth unterstützt hat. Also halt die Vorfahren davon. Dann sind wir, glaube ich, wieder woanders. Ja, wir bleiben tatsächlich in dem Setting. Wow. Ach ja, jetzt gehen wir dann rüber zu Bronwyn und ihrem Sohn. Bronwyn und ihrem Sohn, ihr Sohn, der einfach nur Theo heißt, beziehungsweise Theo. Und das, ach, sowas, sowas reißt mich raus, leider. Und da kommt er dann nochmal vorbei, ähm, um sich zu verabschieden. Und, äh, Bevor es wirklich stattfindet. Steht, steht auf ziemlichen Meter Abstand. Also sie, sie stehen irgendwie bestimmt 30 Meter auseinander, aber reden in normaler Lautstärke. Das fand ich auch so, da habe ich auch so überlegt, war das wohl so einer der ersten Corona-Drehs? Ich weiß nicht, das habe ich nie, du mal nachgedacht haben, weil er ist halt einfach wirklich nicht, ja, er ist nicht gut mit Gefühlen, so kann man es sagen. Nee, nee, nee. Er ist halt, er ist halt ein bisschen verschlossen. Ja, er sagst dann ja auch von wegen, das, was ich von dir will, das habe ich dir eigentlich hundertmal gesagt, aber nicht in Worten. Ach, das war auch so ein, ah, das war echt so eine Schmalzzeile, sorry. Also das hätte auch aus Twilight stammt. Ich verstehe halt echt nicht, was ihr habt. Ich fand das halt alles sehr nachvollziehbar. Aber bevor da es irgendwie zu mehr kommen kann, kommt ein Bauer mit einer kranken Kuh. Genau. Der, der widerliches, tierartiges Zeug aus dem Euter kommt und da fragt der Elf, wo war die denn? Und sie war da irgendwo weiter im, im Osten. Ich fand die, ich fand, ja, ich fand, ähm, die, in Bezug auf den Diversity Cast, könnte man diese Szene vielleicht auch falsch verstehen. Aber ich fand die misstrauischen Blicke des Bauers ganz interessant. Als er dazu kam und so, ja, wo war denn die Kuh? Und so weiter. Hä? Was willst du denn? Das interessiert dich. Ja, ja. Das könnte man, ja, das könnte man irgendwie falsch verstehen auch in Bezug auf, ne, was hast du denn hier zu suchen? Dadurch werden halt eben die, wird es so diese gewisse Verurteils-Rassismus-Thematik, die ja teilweise in dem, in dem Material drin ist, wird natürlich nur so ein bisschen verdeutlicht noch. In diesem Fall jedenfalls. Wobei halt auch später im Fall von Galatrien Folge 2, ähm, wird das nochmal auch deutlich gemacht. Ja, auf jeden Fall halt, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber er sagt halt irgendwie, oh, die Kuh war relativ weit weg an einem bestimmten Ort, ich weiß den Ortsnamen nicht mehr. Hordon, Hordon. Ach ja, genau. Es ist auch, äh, komplett dazu erfunden. Also, das ist alles hier nicht kanonisch. Also, ich muss also sagen, mit dem Handlungsstrang nehmen sie sich, glaube ich, die größten Freiheiten raus. Was ich ja in der Theorie nicht uninteressant finde, dass man auch mal vielleicht dann so ein bisschen dieses, schon sehr schematische, also diesen sehr schematischen Stereotyp aufbricht, von dem bösen Haradrim oder Ostlingen, die eben, ja, aus dem Osten kommen. Na, also, weil da schienen, also man darf nicht vergessen, man Tolkien das geschrieben hat und, äh, das ist schon irgendwo Teil der Vorlage und dass man das dann vielleicht ein bisschen, bisschen differenzierter aufzieht, das finde ich grundsätzlich nicht verkehrt. Ich hätte halt, ich hätte halt vor allem nicht, ich hätte ja ehrlich gesagt gedacht, das mit den, das mit den Haarfüßen wäre so am, am weitesten weg, so von der Haupthandlung, aber lustigerweise ist es, äh, ist es erstmal das hier jedenfalls, was die Location angeht, weil die halt wirklich am weitesten weg ist von allem anderen. Ja, obwohl die, glaube ich, gar nicht so weit weg sind von den Haarfüßen, ich, ich weiß es nicht. Doch, doch, also die sind schon um einiges, denke ich, denke ich mir mal, also landschaftlich sieht es ähnlich aus dort, aber es ist. Ja gut, es sieht irgendwie alles irgendwie sehr ähnlich bisher. Bis auf die, bis auf die, bis auf die Elbensachen, die so ein bisschen, ja, ja, die sind abgehoben. Sonst hast du halt die, die Hügel und so weiter. Es ist auf jeden Fall, es hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber auf jeden Fall sagt er, oh, ich muss dort, ähm, ich muss dort hin und dann sagt die Heilerin, ich, ich begleite dich dorthin. Ja, mal eben so. Ja, genau. Und, einfach zurück. Ja. Ist dir ein Sohn da, wo dann, ich glaube, wir bleiben ja noch dann kurz beim Sohn, der dann ja. Ja, der Sohn, der irgendwas im Schuppen versteckt hat, äh, unter Dielen, der hat dann irgendwie auch, glaube ich, oh, wirklich, also die Namen, äh, Theo und Rowan heißen die, glaube ich, also Rowan wie Rowan Atkinson wirklich geschrieben. Ah, Rowan. Also, da dachte ich mir, ich so, wo sie ja, wo sie ja etablieren, dass, ähm, der, ähm, der Vater, äh, weg ist, wo, wobei ich mir nämlich so grob vorstellen kann, dass, eventuell ist das schon tatsächlich der Spross von, dem, dem, dem Elben, könnte ich mir vorstellen. Also, das ist so meine Theorie, dass tatsächlich der Elb schon der Vater ist von dem. Und, äh, aber wie gesagt, weil, mir ist halt aufgefallen, dass, also, weil, weil ich nämlich dachte, weil seine Haare verdecken seine Ohren, wo ich halt dachte, oh, wird das vielleicht noch in irgendeiner Form, aber nee, weil, weil ich meine, da müsste er es ja selber wissen, wenn die Ohren spitz wären. Aber wie gesagt, das ist nur, ist nur Theorie, es könnte halt vollkommen falsch sein. Ähm, aber wo ich, wo ich mir dachte, das wäre eine gute Quelle für Konflikt, weil er ja nämlich auch die Elben offensichtlich nicht mag. Letztendlich hat er dort in einer Schachtel versteckt ein, äh, wirklich ein abgebrochenes Schwert, und ein bisschen Klinge da ist, aber es sieht wie ein sehr finsteres Schwert aus, und auch wie eins das. Es ist höchstwahrscheinlich eine Morgul-Klinge, ne? Nicht, nicht, nicht zwangsläufig Morgul-Klinge, es hat auf jeden Fall etwas mit, mit Sauron zu tun, weil es hat halt so eine, so einen leichten, hat mich so ein bisschen erinnert an Ersten Flote Karibik, wo dann so dieser Druckwelleneffekt ist mit der Münze, und hier ist halt, kommt ein düsterer Wind auf, und ich glaube, da leuchtet, das leuchtet auch kurz auf. Saurons Auge. Ja, genau, richtig, genau, und dann, ähm, und dann geht's so ein bisschen Schlag auf Schlag, weil dann sind wir ja, ähm, sehen wir kurz, Wieder bei den Elben? Das ist das Schiff, genau, sieht man kurz das Schiff, wo Galadriel draufsteht mit den anderen, und sie ist nach wie vor überhaupt, überhaupt nicht comfortable damit, und dann gehen wir ja auch zu, ähm, äh, Gilgalad. Ja, es ist nur eine ganz kurze Einstellung. Genau, einfach nur, um zu zeigen, oh, sie ist jetzt unterwegs, obwohl, obwohl ich das nicht gebraucht hätte an der Stelle, vor allem muss ich leider sagen, also da ist wieder, das sieht sehr, sehr künstlich aus, wie die da auf dem Schiff stehen, also das, das hat mich irgendwie, da hab ich sofort gesehen, oh, ja, gut, das Schiff ist echt, aber sie stehen vor einem riesigen Greenscreen eindeutig. Auf jeden Fall haben wir dann Elrond und Gilgalad, äh, die dann nochmal irgendwie ein kurzes Gespräch haben, ich glaub, an so einer Kante oder so. Ja, so da, wo auch das Ritual war. Ja, man muss sagen, das ist schon, das ist schon von einer, von einer, äh, das ist schon vom Allerfeinsten hier, vom Setdekor und so weiter, ne, also das, das sieht schon wirklich toll aus, ähm, und, äh, äh, wir reden dann irgendwie darüber, ich glaub, irgendwie, also genau, Gilgalad sagt dann irgendwie, sie haben die richtige Entscheidung getroffen, dass sie Galadriel jetzt irgendwie, äh, nach Hause geschickt haben, weil, äh, sie, äh, also Gilgalad ist der Auffassung, dass Galadriel gerade dadurch, dass sie so hinter Sauron herjagt, dass sie den dadurch eigentlich am Leben hält. Und Elrond, das merkt man schon sehr deutlich, der ist so im Zwiespalt, hat er jetzt das Richtige getan, also der ist wirklich so zwischen Freundschaft und Pflicht, wie er's dann ja auch formuliert, ne? Mhm. Ja, und, ähm, aber Gilgalad hat ja was völlig anderes für ihn. Nämlich einen. Und er lässt einen Namen fallen, wo ich dann schon hellhörig wurde, muss ich sagen. Genau, und zwar, ähm, Celebrimbor, äh, welchen ja, welchen ja, denke ich, viele, viele so, so, so casual Fans, ähm, aus den, äh, Shadow of Mordor, Spielen kennen könnten, wo er eine große Rolle spielt, was ja auch sehr frei mit der Lore umgeht, aber ist da definitiv eine Figur. Ähm, also er braucht, er hat ein Projekt, dieser, dieser große Elbenbaumeister, und, ähm, fragt ihn doch gerne selbst, was er vorhat und wofür er euch braucht, denn dann, ähm, taucht tatsächlich auf. Ihr hattet noch keine Sprechrolle, hier, äh, ist er nur in ein, zwei Einstellungen kurz zu sehen. Ähm, gespielt von Charles Edwards, den ich erkannt habe, unter anderem aus Batman Begins, wo er eine kleine Rolle hat, aber ansonsten ist er auch sehr profilierter Darsteller, der in ganz vielen Sachen schon war. Mhm. Boah, wo war denn der in Batman Begins? Er ist, er ist der Typ, der, ähm, Rutger Hauer den Mikrowellensender erklärt. Ach, stimmt. Den Mikrowellensender, wenn der gestohlen wird. Er ist der Typ, der da die Meldung macht. Also er ist der Teil von, er ist der Teil von Bruce Waynes, äh, Rat. Aber ich denke immer nur an John Nolan in der Szene. Ja, lustig, ja. Ja, aber ja, Charles Edwards ist noch dran, aber wie gesagt, weil es ist so, diese Art von britischer Darsteller, der halt in allem möglichen Zeug auftaucht. Also weil, die, die, die kommen dann einfach rum. Und, äh, passt, passt optisch, also er ist optisch halt ein etwas älterer Elb, aber er hat definitiv so diese edlen Züge, die, die sehr gut passen. Äh, und da geht so ein. Er sagt mir noch nix, aber er hat schon eine Präsenz irgendwo, finde ich, ne? Und, äh, dadurch, dass er auch, er ist ein bisschen anders gekleidet als die anderen, wo man auch so ein bisschen etabliert, er gehört so so in einer etwas anderen Gegend an. Der ist ja, glaube ich, ich mag mich irren, aber ist das nicht eventuell so einer der allerersten Elben? Weil es, es gibt den und es gibt diesen Schiff, Schiffsbauer Kierdan, also der die Schiffe baut, die nach Valinor fahren. Und, also der lebt ja da größtenteils an den Grauen Anfurten. Und es, äh, Kierdan ist, glaube ich, das ist wirklich einer der allerersten Elben, der in Mittelerde erwacht ist. Äh, ah, ja. Genau, dann sind wir, und dann geht so ein bisschen, ich glaube, gehen wir dann schon zum, ähm, ach Gott, sind wir dann wieder auf dem Schiff, weil da geht so, da geht so ein bisschen Schlag auf Schlag. Ja, Moment, wir haben, haben wir, haben wir, Entschuldigung, haben wir etabliert, dass Elrond jetzt irgendwie mit dem gehen und dem assistieren soll? Äh, ich glaube nicht, nicht 100 pro, aber halt, also sie, sie reden davon auf jeden Fall, äh, also Elrond, also, Kelle Brimboa soll den irgendwie unter seine Fittiche nehmen, weil er irgendwie was ganz, ganz Großes plant. Und dann dachte ich mir so, ja, ist das schon das Ringe schmieden, kann ja eigentlich nicht sein, ne? Ja, also ich, ich wusste ja, ich wusste halt auch nicht genau, aber halt mal sehen. Und, ähm, ich glaube, gehen wir dann zum Schiff, wo sie dann schon ankommen, an den? Äh, also da, da fängt es ja so langsam an, dass der Himmel irgendwie merkwürdig aussieht. Ach. Und dass, äh, dieser Sardog, also Henry, Ach ja, genau, er liest den, sieht was am, im Mond an den Sternen und so. Genau, der ist dann irgendwie, und er zieht so langsam halt seine Schüsse von wegen große Leute, also diese Jäger, der Himmel ist seltsam, und dann taucht Nuri auf und will in sein, in sein Buch spicken. Super, super neugierig, genau. Ja, es ist eine ganz nette Szene gewesen. Genau, und dann, und dann gehen wir halt drüber, weil ich, ich kann mich daran erinnern, weil das dann dieser, dieser, weil wir dann denselben Mond sehen, und dann sind wir wieder im, im, im Süden. Schöne Überleitung. Ja, genau, wo sie dann, wo sie dann unterwegs sind und, äh, ach, verdammt, ich vergesse den Namen, aber der, genau, Arondir mit der, mit der Bronwyn sind unterwegs, wo sie noch ein bisschen, ähm, ja, wo sie, wo sie erzählt, dass sie eigentlich aus Hordern stammt, und, äh, Arondir ist sehr, sehr, äh, forsch dann irgendwie, weil er sagt, ja, äh, die Menschen von Hordern, die waren ja besonders, äh, bekannt für ihre große Treue zu Morgoth, und, äh, Bronwyn ist dann fast so ein bisschen, also nicht jetzt sehr beleidigt, aber schon so perplex, weil sie sagte von wegen, aha, du redest hier also irgendwie über meine ganze Sippschaft, meine ganzen Freunde, meine Familie und so. Schäst sie über den Kamm, genau, was halt auch sehr gut, ähm, sehr, sehr gut zu den, zu den Elben passt, und dann sehen sie aber Rauch dort, wo sie hinwollen, und dann sehen sie dort, dass das Dorf zerstört wurde. Brennen, genau, wir, wir, wir sehen noch, wir sehen noch keine Details, aber auf jeden Fall, oh, das sieht finster aus, und dann gehen wir über zum, wo sie schon fast angekommen sind, in, in, in Valinor, was, was eine, was, was in vielerlei Hinsicht finde ich, so eine, so eine wunderschöne Szene, weil einmal, weil sie halt, weil das so was Zeremonielles hat, also die nehmen den Waffen und die Rüstungen ab, und, und kleiden sie bis, sie ziert sich erst so ein bisschen, ne, ihr Schwert abzugeben. Genau, also den Dolch letztendlich, den sie ja von dem Leichnam ihres Bruders hat tatsächlich, was wir noch gar nicht erwähnt haben, aber halt, also sie, sie ziehen auch die Rüstung aus, entkleiden sie bis auf so rein weiße Gewänder, und dann, und dann hören sie wirklich diese, diese Musik, und stimmen dann auch eingesanglich, also es wird tatsächlich diegietisch aufgenommen, die Musik, weil sie das ja auch am Anfang sagen, und es ist einfach wirklich, es hat wirklich etwas sehr, sehr ätherisches, anderweltliches, und wirklich, es öffnet sich, wie es auch beschrieben wird, also hier sehen wir wirklich zum ersten Mal, was bisher so indirekt beschrieben wurde, was interessiert, also wie, es öffnet sich so ein Vorhang, und dahinter sehen wir Licht, und so leichte Andeutung von dem Land, was aber super clever ist, ist, es wirkt hier nicht erlösend, sondern wir sehen es so ein bisschen aus Galadriels Sicht, und das haben wir mit bedrohlicher Musik, und es ist halt, wurden halt, ihr Widerstreben ganz doll merkt, also wir sind hier wirklich, wir nehmen hier vollkommen ihren Blickwinkel ein dabei, und eben gleichzeitig passiert es dann eben auch, also es ist ganz, wir springen hier sehr schnell, weil dann plötzlich sehen wir diesen seltsamen Kometen, oder Meteor, oder wie auch immer, und da wird das verschiedene Blickwinkeln gesehen. Was ich noch erwähnen kann, also ich muss sagen, die Szene fand ich schon stimmungsvoll, es hat ja auch hier, weil du das im Vorhang erwähnt hast, das greift ja irgendwo auf, was auf, was Gandalf da in dieser Szene mit Pippin sagt, im dritten Herr der Ringe, also von wegen Regenvorhang zieht sich zurück, und alles verwandelt sich in silbernes Glas, eine großartige Szene, wie ich finde. Christoph, hast du da auch so eine Verbindung gezogen? Ja, ich dachte in erster Linie an das Ende von Rückkehr des Königs, wenn Frodo und Gandalf sich ja da auf den Weg dorthin machen, und das wird dargestellt als der Weg ins Paradies, und die ultimative Erlösung, und dann war es interessant, das aus dem Blickwinkel einer Person zu sehen, die denkt, ich will das alles gar nicht. Ja, es wirkte wirklich, als würden sich eher so die musikalischen, eher so die Tore der Hölle tun sich auf, und es hat so etwas leicht Feuriges, also es wirkt nicht einladend. Das war eine sehr ambivalente Mischung, tatsächlich, also ich fand es auch toll, wie die so in den Gesang einstimmen, also es ist ja wirklich, wie es beschrieben ist im Buch, dass man immer fast da ist, und dann diesen nie endenden Gesang übers Meer hört. Ich muss allerdings sagen, dann dieser, da kam ja irgendwie so ein Vogelschwarm, und der sah leider irgendwie sehr merkwürdig aus. Ich habe mich halt nur gefragt, was das für Vögel sind, dachte ich, oh, interessant. Ja, keine Ahnung, aber die waren nicht gut animiert, also die sahen aus für mich wie Papierschwalben irgendwie, ganz, ganz komisch. Also das, ah, es hat mich, das, das, also es gibt so viele Szenen, wo mich das CGI immer wieder rausreißt, ähm, und an für sich, also das, das war wirklich eine tolle Szene, also da hat sich auch die Musik von, von Ben McCreary schon entfalten können an der Stelle. Ähm, aber du hast ja gerade schon gesagt, wir haben dann, äh, eigentlich so den, den, äh, Schlussakkord der ganzen Folge, nämlich dieser Komet, äh, über Mittelerde, äh, der jetzt, ähm, ins, ins Spiel kommt, den man ja auch schon in den Trailern, genau, was so dieses, insbesondere im ersten Teaser gesehen hat. äh, Glied war und das ist eben hier auch der Fall, weil wir sehen es aus den verschiedenen Blickwinkeln. Außer Blickwinkeln, den wir gar nicht gesehen haben, weil kurz haben wir eine Andeutung von irgendwelchen Baumwesen, die da, äh, die da eingeblendet werden. Wahrscheinlich Ends, ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall etwas, was bisher noch gar nicht gezeigt war. Aber auf jeden Fall sehen das verschiedene Figuren und letztendlich schlägt das Ding ganz in der Nähe von Nori auf und, und Galadriel springt, äh, vom Schiff, wo sie sagt, nope, fuck, wirst du dein Wort? Ähm, weil ihr dann nämlich, glaube ich, ins, entschuldigung, weil ihr, glaube ich, dann ins Gedächtnis, also während alle anderen da irgendwie auf dem Boot nach vorne laufen, tritt sie eigentlich zurück. Genau. Und, äh, wirft dann, also ihr Blick fällt dann so auf, auf diesen Dolch, wo sie sicher auch irgendwie was geschworen hat. Und dann hören wir das, was Finrod am Anfang der Folge ihr ins Öhrchen geflüstert hat. Nämlich manchmal wissen wir es nicht, bis wir die Finsternis berührt haben, also welchem Licht man jetzt folgen soll. Ähm, und das ist wirklich, wirklich, äh, wirklich, äh, sehr, sehr schön, ja, die Ambivalenz hast du schon erwähnt, aber es ist halt wirklich, äh, ziemlich, äh, ziemlich, ziemlich schön gemacht alles. Und eben diese absolut, diese, diese Entscheidung von wegen, ich, ich, ich spring jetzt hier von Bord und, äh, lass es. Ja, auch wie, wie, wie das Schiff in dieses absolute Licht fährt dann, ne? Und dann ist es fort. Wirklich absolut hell. Und ein anderer streckt dann irgendwie noch so die Hand nach ihr aus und sie will die eigentlich erst greifen, aber bewegt sich dann doch rückwärts. Und das war auch ein interessanter Schnitt, weil, ähm, ich glaub, wir sehen gar nicht den Einschlag des Kometen, sondern das wird dann ein Gegenschnitt mit Galadriel, die ins Wasser springt. Ja, es ist alles, alles cool. Und dann, äh, äh, sehen wir, und dann sehen wir halt auf jeden Fall, wie sie noch alleine dort im Meer ist, äh, in einem ungewissen Schicksal. Und, äh, dann aber sehen wir, wie Nori dort ankommt, wo es eingeschlagen ist. Und da sehen wir innerhalb so eines, äh, brennenden Kreises sehen wir dort eine menschliche Gestalt liegen. Ähm, noch nicht, noch nicht ganz zu erkennen, aber es scheint ein Mann zu sein mit, mit, äh, mit längeren Haaren und Bart, schon vielleicht ein bisschen älter, äh, und unbekleidet, äh, bis auf einen Ländenschurz. Und, äh, damit tatsächlich mit einem Shot von oben, wo das alles so sehr ominös aussieht, äh, endet dann, äh, die Folge. Die erste Folge. Mit den Main Credits, die halt tatsächlich auch sehr, ähm, sehr lang sind. Also, die, die listen hier wirklich ein großes. Die sind sehr lang, die sind wirklich lang wie bei einem Kinofilm. Nein, so lang nicht, aber es ist halt wirklich ein, also sie, sie lassen es hin. Oh, doch, fünf, also fünf, sechs Minuten, das ist heute Standard im Kino. Sie lassen es ein bisschen länger stehen halt. Ähm, und, äh, und ja, also auf jeden Fall ist es ein großes Team. Ähm, und, äh, da, ja. Und so endet dann die, die, die Folge. Und, äh, ja. Ja, für gewöhnlich sind Endcredits da ja auch immer so lang bei Streaming-Episoden, weil ja alle Synchronsprecher genannt werden. Hier sind die. Ja, 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 und aus sämtlichen Ländern. Hier ist der Abspann wirklich so lang wegen der Crew, die daran gearbeitet hat. Das sind diesmal nicht so viele Synchronsprecher. Das ist schon, ist schon, äh, Wahnsinn, was die, was die hier für eine, für Castle-Crew haben an der Stelle. Jetzt kann man natürlich noch spekulieren am Schluss. Äh, und es gibt ja schon wirklich einige Vermutungen, was diesen Kometen-Mann angeht. Äh, was habt ihr da so für Gedanken zu? Sonst, Christopher, sag du vielleicht mal. Es war ein Mann, der vom Himmel fiel. Und wer kann ich nicht dazu sagen? Ich wusste, dass das kommt. Was ist denn bei dir auch? Äh, ich hab tatsächlich schon, während der da lag, und man das so andeutungsweise sah, dachte ich mir schon, ist das Gandalf? Nein. Glaub ich nicht. Ich meine nämlich auch, weil ich meine, in der zweiten Folge sehen wir ein bisschen mehr davon. Und ich denke mir, ist das einer, der, wie hießen die noch mal, Vala oder wie auch immer? Weil von denen halt, Maja. Maja, von denen Gandalf einer ist. Weil ich hab so gedacht, weil, okay, fährt von Himmel zu einer Zeit, wo dann halt ein neuer Schatten droht und so weiter. Und ich dachte, ist das einer, wenn nicht Gandalf, ist es einer davon? Ich glaube, ich glaube nämlich, das könnte sein. Und wenn, also ich bin mir aber auch 100 Prozent, ich bin mir ganz sicher, das muss Gandalf sein. Weil eben, es passt halt in dem Sinne der Beschreibung, weil die wurden ja dorthin geschickt als alte Männer, um dann halt zu beschützen und so weiter und so fort. Und eben die Tatsache, dass die erste Begegnung dort, die er auf Mittelerde hat, mit den Vorläufern von Hobbits ist, würde dann eben auch sehr gut passen. Also meiner, in meiner Theorie nach, ist das Gandalf. Ich könnte mich irren, aber ich wäre nicht überrascht, wenn er es ist. Ja gut, dann hätten sie jetzt aber wirklich, ja, okay, sie gehen so oder so relativ frei mit der Lore. Und ich meine, Gandalf kommt ja eigentlich erst im dritten Zeitalter. Und das ist ja hier Anfang des zweiten Zeitalters. Könnte natürlich sein. Ich meine, bei den Hobbits haben sie es ja auch vorgezogen. Gibt ja Vermutungen, und das legt auch eigentlich eher so ein bisschen auch die Musikuntermalung in der Szene nahe. Und eben auch, wie es inszeniert ist. Und auch dann dieser Shot von oben. Manche glauben, dass das Sauron in Menschengestalt sein könnte. Oh. Also sah man ja schon in den Trailern auch so ein bisschen. Also so dieser Shot von oben, das wirkt schon irgendwie wie das Auge. Ach so, ja, aber ich glaube, das war halt eher so ein bisschen ... Marketing. Nee, nicht wirklich Marketing. Ich meine, in dem Sinne einfach nur halt visueller Zufall oder visuelle Parallele. Aber wie gesagt, ich hab zu ihm noch ein paar Gedanken, wenn wir dann zu Folge 2 kommen. Aber halt, ich dachte sofort, wo ich dachte, ist das einer der Maya? Ich bin mir ziemlich sicher. Könnte sein. Also ansonsten kann ich mir jetzt auch nicht den großartigen Reim drauf machen. Also Tom Bombardy, kann's ja schlecht sein. Der ist ja schon da. Der ist schon da. Vielleicht werden wir ihn ja irgendwann sehen. Ich hoffe inständig auf ein Cameo. Ja, ja. Ich hoffe, dass er irgendwo ... Weil das kann einfach ... Die können sich das nicht entgehen lassen. Und das sollten sie auch nicht. Ja, aber vielleicht ist es auch zu sehr verkopfte Lore. Ja, aber ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass sie das so ähnlich machen wie mit ... Weil in die zwei Türme gibt's ja die Extended-Szene, wo sie quasi das mit dem weiten Mann nachstellen, aber im Fangorn-Wald in einem anderen Kontext. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie genau das Bombardy-Szenario dann hier nachspielen mit anderen Charakteren, so ein bisschen variiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht passiert. Könnte gut sein, dass sie so ein Stand-in haben. Ja, also das wär irgendwie nice. Also ich könnte mir ... Ich könnte's mir vorstellen, wenn ich der Showrunner wäre, ich glaub, ich würd's tun. Damit sind wir am Ende der ersten Folge. Ging ja eine gute Stunde, ne? Die zweite auch. Also die kamen mir jetzt beide auf einen Schlag. Und wir werden sie auch back to back besprechen. Ja, äh ... Wollen wir vielleicht alle so insgesamt mal ein Fazit ziehen, wie es uns so gefallen hat? Christopher, fang du vielleicht mal an. Ich habe überhaupt keinen Zugang dazu gefunden. Meine Gedanken schweiften oft ab. Es fühlte sich wie Arbeit an. Und es machte mir keinen Spaß. Oh, okay. Das ist eine harte Ansage. Also wirklich überhaupt keinen Spaß? Nein, nein. Überhaupt nicht. Bin komplett ... Also bist du wirklich schwer enttäuscht, oder ... Ja, es flimmerte einfach nur an mir vorbei. Tut mir leid. Hm. Okay, ja gut, das ... Irgendwie konnte man drauf fließen ein bisschen. Ja, ich muss leider sagen, also bei mir ist es ... Also, ich bin weder über die Maßen begeistert, noch jetzt irgendwie enttäuscht. Es gab auch Sachen, die mir gefallen haben, aber so unterm Strich ... Also, für mich hat sich die Folge tatsächlich auch relativ langatmig angefühlt. Auch diese vielen Ortswechsel, die haben für mich keine Dynamik reingebracht, sondern eher ... Wirkten auf mich eher unbeholfen vom Pacing her. Und ich habe halt wirklich gemerkt, dass mich so gewisse Handlungsstränge, also vor allem hier mit Bronwyn und Arondir, dass mich das wirklich überhaupt nicht interessiert. Das ist vielleicht auch ein bisschen ... Also, vielleicht liegt es da noch ein bisschen zu. Also, das Interessanteste, da finde ich noch tatsächlich den Jungen mit dem Schwert. Aber so diese ganze Helben-Menschen-Love-Story-Kiste, die finde ich, ehrlich gesagt, unglaublich schematisch an der Stelle. Auch die Haarfüße hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Das habe ich ja schon öfters gesagt. Wie sie es jetzt hier gemacht haben, war okay. Aber irgendwie wirken die ja auch so ein bisschen reingepfropft für mich. Und weiß ich nicht, dass jetzt dieser Kometen-Mann ausgerechnet bei denen landet, das hat auch für mich so ein bisschen den Anschein, ja, dieser Handlungsstrang ist ganz wichtig. Also, eigentlich ist das total abseitig und hat mit überhaupt nichts irgendwas wirklich zu tun. Aber da landet jetzt der Kometen-Mann, der total wichtig ist. Das wirkt tatsächlich an der Stelle für mich irgendwo auch ein bisschen konstruiert. Unterm Strich ist es ein, ja, irgendwo okayer bis solider Auftakt. Es ist hochwertig produziert, da kann man nichts sagen. Die Schauspieler sind auch ordentlich. Bei manchen bin ich gespannt, was man so draus machen wird. Aber so die richtige Begeisterung und vor allem das Herr-der-Ringe-Feeling wollte sich für mich auch nicht so wirklich einstellen. Und jetzt überlasse ich einfach das Feldlasse. Das zieht so ein bisschen auch die zweite Folge mit ein. Aber beim Anschauen hier habe ich teilweise so eine ganz besondere Art von Traurigkeit gefühlt. Und das war Weltschmerz, so gesehen. So von wegen, auf eine Art, wo ich habe so eine ganz tiefe Sehnsucht in mir gespürt, die, wo ich mir dachte, es ist lange her, dass ich etwas gesehen habe, gerade halt im Fernsehbereich. Weil ich meine, es ist ja halt nicht gang und gäbe. Aber halt, wo ich mir dachte, warum haben nicht in mehr Serien diese Art von Magie, wie ich sie hier tatsächlich gespürt habe? Wo ich mir dachte, fühlt es sich ... Also ich war wirklich, am Anfang fand ich es ein kleines bisschen holprig, weil ich es noch versucht habe, mit meinem eigenen Wissen einzuordnen. Wo ich dann dachte, wann genau spielt das? Aber das hat sich sehr schnell verflüchtigt. Wo ich dann wirklich sehr schnell, also spätestens als wir bei den Haarfüßern dann waren, wo ich halt wirklich eintauchen konnte in, oh Mann, ich bin zurück in Mittelerde. Und ich finde es wunderschön. Halt einfach, ich fand den Cast toll, ich fand den Look toll. Ich fand, man hat jeden Cent gesehen. Ich wurde reingesogen von der Musik. Und ich mochte diese neuen Charaktere sehr gerne. Und ich bin so froh über diesen ... Halt vor ein paar Jahren, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass wir noch mal irgendwas aus Mittelerde sehen. Und dann halt so. In Serienform. Ja, und dann auch noch auf diese Art halt hochwertig gemacht und interessant und so weiter. Also, ich war wirklich ... Ich war ganz verzaubert zwischendurch. Und hatte ganz tiefen ... So ganz tiefe Sehnsucht darin, wo ich mir dachte, oh, ich will in diese Welt. Und so was hatte ich lange nicht mehr. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich will mehr auf jeden Fall. Also, nach der ersten Folge dachte ich sofort, weil ich ehrlich gesagt dachte, nach der ersten Folge mach ich erst mal Pause. Ich hab's irgendwann frühen Nachmittag angefangen zu gucken. Und ich hab dann vielleicht nach der ersten Folge kurz Pause und ich konnte nicht. Ich musste sofort weiterschauen. Und hab dann direkt einfach weitergeschaut, ohne Unterbrechung. Und das hab ich als ein sehr gutes Zeichen gefunden. Also, ich war sehr, sehr, sehr bezaubert und berührt. Das freut mich aufrichtig. Das wär ich auch sehr, sehr gerne gewesen. Und ich frage mich halt, woran es liegt. Vielleicht muss die Serie für mich auch noch so ein bisschen zu sich finden. Ich kann auch schon mal sagen, dass mir Folge 2, vor allem was die Dialoge angeht, schon besser gefallen hat. Weil hier merkt man doch, dass die beiden Showrunner nicht allzu erfahren sind und jedoch manches sehr, sehr forciert expositional angelegt ist. Aber insgesamt, also, ich will's jetzt keinem madig machen, wem das gefällt, ist wirklich toll. Nee, nee, alles gut. Ja, aber auch den Leuten da draußen. Ihr könnt natürlich auch sehr, sehr gerne, ob jetzt bei YouTube oder anderen Anbietern oder eben auch unter tele-stammtisch.de uns mitteilen, wie euch die Folge gefallen hat. Wart ihr begeistert wie der Lasse? Wart ihr eher so ein bisschen ernüchtert wie ich oder überhaupt nicht angetan wie der Christopher? Wir freuen uns auf eure Kommentare und Meinungen. Wir diskutieren auch sehr, sehr gerne mit euch unter den Videos. Und ich würde sagen, damit lassen wir's gut sein für diese Folge. War eine sehr schöne Runde, wie ich finde. Wir haben auch ein interessantes Meinungsspektrum. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt noch mal so über den Verlauf entwickeln wird. Und ja, ungeachtet dessen, dass ich so ein bisschen unterwältigt bin, trotz allem freue ich mich sehr auf die kommenden Wochen. Christopher jetzt vielleicht nicht mehr ganz so? Oder wie sieht's aus? Das besprechen wir gleich unter sechs Augen. Okay. Aber danke euch allen fürs Zuhören. Ja, dann würde ich sagen, kann sich der Lasse noch verabschieden und dann machen wir den Deckel drauf. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Macht es gut. Ciao, ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.